Herzlich Willkommen zur 71. Ausgabe des Techtel-Mächtel-Podcast. Ich bin der Excel-Grundlagenspezialist Clemens und mir gegenüber sitzt die personifizierte Bivot-Tabelle bei Haas-Bivot-Tabellen, wenn ich ehrlich bin. Ja, nicht nur du, auch die SPÖ. Ich glaube, die haben keine Bivot-Tabelle verwendet für das. Ja, ich glaube, das ist im ECDL-Führerschein, kommt das erst ein bisschen später. Ich glaube, da musst du ein ECDL-Advanced machen. Ach, glaubst du? Ich glaube, ja, das ist das. Ja, ich glaube, das gibt es, ja. Oh mein Gott. Also es gibt, nein, es gibt den, ich weiß nicht, warte mal, ich google da jetzt einmal, weil ich glaube, da war ja bis vor kurzem, war da Access ja, glaube ich, auch noch drinnen. Nein, oder? Access? Ja. Computer-Grundlagen, spezifische Anwendungen. Aber sie haben Computer-Grundlagen, Online-Grundlagen, Textbau, Tabellenkalkulation, Datenbanken, ja. Ah, wow. Ja, ich weiß aber nicht, was sie da jetzt mittlerweile verwenden, weil ich hoffe mittlerweile, dass die da Access rausgeschmissen haben. Ja, das wäre begrüßenswert, weil, ähm, was soll man damit machen? Ja, ärgern. Oder? Ärgern heutzutage. Ja. Ja, okay, na, den haben sie eigentlich wirklich angepasst, da ist mittlerweile auch Robotik und künstliche Intelligenz drin. Beim ECDL. Ja. Beim ECDL-Führerschein. Ah, das ist, warte mal, der heißt jetzt, der heißt jetzt, der heißt jetzt, ja, das ist noch ECDL, ja, das kommt jetzt mittlerweile. Warte, jetzt hört es doch mal laut. Ah, okay, okay. Er hat mir ein bisschen rauschen. Ja, und du bist ganz leise. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich habe da leichte Mikrofone, leichte Tonprobleme. Ah, kratsch, kratsch. Ich hoffe, das kann man irgendwann auserfüllen. Was ist denn noch drin? Erzähl einmal, während ich da... Es ist künstliche Intelligenz drinnen. Wow. Also beim ECDL kann schätzen es quasi ChatGP, äh, ChatGP, äh, Dings programmieren. Ich weiß nicht, ob das da drinnen ist. Wow, ja, okay. Aber, okay, das haben sie, nein, der ist angepasst, okay. Ich nehme alles zurück. Ja, ich nehme alles zurück. Gut. Dann hupf mal eine in die freudige Themenwelt, bevor wir uns da länger über Excel und die SPÖ und so weiter aufhalten, oder? Ja, wie schon gesagt, jetzt können wir uns den Titel geben, was weiß ich, die Rückkehr der Hoffnung, oder was weiß ich was, oder irgendwas, was im Star-Wars-Kosmos passt. Die Rückkehr ist Jedi-Babler, oder? So was, oder wie schon gesagt, ähm... Auferstehung der SPÖ. Ich meine, die dunkle Bedrohung war Excel. Das war quasi, das war, das war der ECD. Das ist die grüne, das ist aber die grüne Bedrohung, obwohl das war ja wieder den grünen gegenüber. Ja, ja, ey. Ähm, ja, es ist, ja, ist wurscht, da sollte sich noch was einfallen lassen. Ja. Ähm, wie auch immer, wir haben ein großes Thema, das uns heute wahrscheinlich eine Teil der Sendung beschäftigen wird. Naja, ich glaube nicht so lang, ähm... Ja, wie gesagt, also, ich, 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 ich habe es ja angekündigt, in unserem... Du hast da nichts angeschaut, gell? ... Chatverlauf, ich habe mir jetzt nicht wirklich großartig was angeschaut, ich habe nur von, in diversen Slack-Channels, wo ich aktiv bin, sind halt so diverse Links auf mich zu, zugeworfen worden, aber im Grunde habe ich mich jetzt nicht so wirklich damit beschäftigt. Ja, ich weiß so, es war WWDC oder WWDC. Also, was spannendste sicher war, ich meine, also, ich sag so, ich meine, okay, was jetzt, was vielleicht für manche spannend sein könnte, ist das MacBook Air in 15 Zoll mittlerweile. Ja. Das ist spannend, schaut aus, wie es eine neue MacBook Air 13 Zoll hat, ein M2 drinnen. Hupfen wir jetzt zurück auf das, ja. Äh, pfff, ja, also, das ist dadellos, also, das ist okay, wenn jemand einen größeren Bildschirm wollt, wunderbar, hat er jetzt alles, was er gebraucht hat. Ich finde es leider, dass das preislich, ähm, jetzt nicht sonderlich attraktiv ist. Also, das... Weil, für den Preis kriegst du ein Pro. Und das hat deutlich mehr Anschlüsse. Du kriegst ein Pro, die Frage ist halt, brauchst du es wirklich? Naja, aber wenn ich für, für ein bisschen einen Aufpreis mehr Anschlüsse krieg, na gut, immerhin haben sie es ja geschafft, in MagSafe da auch drauf zu klopfen, aber zwei Thunderbolt-Anschlüsse finde ich halt... Drei, drei. Zwei. Haben sie... Echt, hat das echt gleich zwei? Es sind nur zwei. Ah, nein, bitte. Ah, nein, ich glaube, 15 Zoll. Warte. Nee. Na, ich hoffe doch, dass sie es bitte, dass sie da geschafft haben, dass das auch die Viere hat. Zwei. Ah, bitte. Und natürlich bade ich auch nur auf der linken Seite. Das ist zum Beispiel bei meinem Setup auch, wäre das ein ziemliches Problem, weil mein Notebook steht links und der Monitor steht rechts daneben. Das heißt, du dürftest das Kabel da um die Ecke umziehen. Ja, ich meine, es hat zumindest... Ich meine, was halt schon cool ist, es hat natürlich gar keinen Lüfter. Ja, aber ich habe ein 14 Pro, ich höre den auch nicht. Nein, ich weiß, ich höre den auch nicht, das stimmt. Ja, okay, das ist dann... Ja, kann man... Ich meine, es ist cool, weil es ist ein bisschen leichter, glaube ich, als das 16 Zoller. Ja, es ist bei Apple generell, die Sprünge sind mittlerweile echt ein bisschen blöd, weil teilweise zahlst du 100 Euro mehr und dann hast du das Pro-Modell. Es ist halt immer die Frage, das, was jeder selber beantworten muss, ist es da das wert, dafür 100 Euro auszugeben? Ja, ich vergleiche es da jetzt einmal. Also ich habe da jetzt das 15er Air ausgewählt mit 16 Gigabyte RAM und 1 Therapeit Speicher. Ja. Dann lande ich bei 1.800, also sagen wir 1.900 Dollar. Das ist wurscht. Ich wechsle jetzt nicht auf die AT-Seite, weil mir das ziemlich wurscht. Das ist nur zum Vergleich. Aber ich kann es nicht machen. Und wenn ich mir jetzt das 14er Pro auswähle, im gleichen Setup, also das heißt, sagen wir halt, M2-Chip, ja passt. Das heißt, da sind 16 Gigabyte dann schon fix und dann mache ich noch den Aufschlag mit 1 Therapeit, da bin ich auf 2.199. Das heißt, was machen wir? 1.800 sind 300 Dollar Aufpreis. Du hast es 14 Zoller jetzt genommen, gell? Ich habe jetzt es 14 Zoller genommen, ja. Ja, ich nehme jetzt da einmal, ich habe es jetzt auf der österreichischen Seite gemacht, warte mal. Und wenn ich jetzt das 16 Zoller nehme, mit einem kleinen... Ja, es sind circa genau, also es MacBook Air kostet 2289 in Österreich, so wie du es konfiguriert hast. Und das 14 Zoller Pro kostet 2629, dann haben wir 340 Euro Unterschied. So, und ehrlich gesagt, wie die den Aufpreis in Kauf nehmen, habt ihr für 4 USB-C... Das ist halt die Frage. ...an USB-Kartenleser, eben, ja. Das ist die Frage, ob es da das wert ist. Mir wäre es wert. Ja, das muss man für sich selber entscheiden. Wenn ich jetzt sage... Ich renne damit viel um. Ich muss sogar ehrlich sagen, ich habe ja... Da kaufen wir kein 15 Zollgerät. Ich habe ja 16 Zoller, ich muss da auch mittlerweile sagen, im Nachhinein war es 14 Zoller die bessere Wahl gewesen. Ich habe es genau deshalb genommen, weil ich doch Businessreisen und so weiter mache, oder zu Kunden... Ne, jetzt leider nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Aber dann wäre es mir auch lieber, weil wenn ich im Büro bin, arbeite ich sowieso auf 2 Monate oder zusätzlich. Das bin ich mittlerweile auch drauf gekommen. Das war... Ja, im Nachhinein hätte ich mir das sparen können. Aber ja, das ist eine so individuelle Antwort, da kannst du keine allgemeine Antwort drauf geben. Ja, ja, klar. Wenn ich es wirklich viel mobil brauche und jetzt nicht super... Ich meine, es ist wurscht, du kannst das MacBook Air auch mittlerweile für anspruchsvolle Aufgaben verwenden. Ja, ja, sicher. Das Einzige, es wird halt ein bisschen drosseln, weil irgendwann der Lüfter halt normal angehen wird, was er da nicht tut. Dann musst du schon sagen, ja, also dann würde ich das MacBook Air 13 Zoll nehmen. Das ist wahrscheinlich so das ultimative mobile Notebook. Weil da hast du halt wirklich dann quasi Supermobil und ja, was willst du mehr? Nein, wie gesagt, ich finde es von der Einordnung her, finde ich es jetzt nicht ganz so gut getroffen. Das ist eher von der preislichen Einordnung. Wenn es jetzt nochmal eine Spur günstiger wäre, dann wäre es wieder interessanter. Gut, finde ich halt, dass jetzt zumindest, das ist 13 Zöller, die Einstiegs-13 Zöller, also sowohl das M1 als das M2 nochmal ein bisschen günstiger gemacht haben. Ja, ja, ja. Das ist ziemlich cool. Und ja, aber ansonsten auf der Notebook-Front gibt es jetzt nichts Neues. Da werden wir jetzt die nächsten zwei, drei Jahre auch keine großartigen Neuerungen erleben. Und vor allem, ich würde auch jedem empfehlen, der das Ding tatsächlich die meiste Zeit stationär benutzt, ich würde mittlerweile einen Mac Mini mit M2 Pro kaufen und fertig oder einen M2. Ja, der ist preislich auch ganz gut. Der ist preislich Hammer, den kannst du wirklich ausstatten und das Ding hat eine Leistung ohne Ende. Ja, das stimmt, der M2, Mac Mini M2. Was ich allergends... Ja, der ist wirklich gut vom Preis her. Der Preis-Leistung ist der super. Also, was ich da mittlerweile viel, viel spannender finde, ist beim Mac, generell beim Betriebssystem, dass sie ja jetzt an so einen Ort, dass DirectX 12 kommen soll und dass du quasi ein Tool kriegst, als Entwickler deine Spiele relativ schnell zu portieren auf macOS. Ja, ja. Das finde ich doch viel spannender. Ja, der nächste Versuch von Apple in der Gaming-Welt Fuß zu fassen. Die Geschichte wiederholt sich so alle zwei, drei Jahre. Ja, sie haben es probiert mit ihrer eigenen Schnittstelle, die quasi auch nur, wie heißt es, Metal, was ja so ein Vulkan-Derivate ist, hat nicht geklappt. Jetzt haben sie gesagt, ja, sie machen es mit Armen. Damals, wo sie die M1 vorgestellt haben, weil das ja quasi der Desktop-Ersatz für die Mobilprozessoren ist, damit die Mobile-Entwickler da aufspringen können. Hat auch nicht so richtig geklappt. Jetzt klauen sie sich einfach Code von Wine, implementieren das, geben vielleicht ein bisschen was zurück. Schauen wir mal. Wäre cool, wenn es funktionieren würde, würde mich freuen. Also das ist für mich zumindest da in der Hinsicht das Interessanteste. Ich fände es insofern interessant, weil die Grafikeinheiten ja vergleichbar sind mit einer Mittelklasse Grafikkarte von NVIDIA oder AMD oder Intel. Die Spiele, was du kriegst, die laufen super flüssig. Also was du spielen kannst auf Mac. Ich finde es so interessant, weil Mac dann quasi im Grafiksegment der nächste Konkurrent jetzt zu NVIDIA und AMD wäre. Und Intel. Und jetzt müssten die nach dem Preis sich vielleicht ein bisschen, ja und Intel, aber jetzt müssten die preislich ein bisschen an der Schraube tragen. Ja, wäre nicht schlecht, also würde ich auch befürworten. Vor allem, mir wäre es sehr recht, weil ja, das ist halt dann praktischer. Ja. Aber ja, das ist so das Spannende. Der Rest war bei Mac OS, ja, es sind halt so ein paar Features, die wieder keiner nutzen wird, wie üblich. Erzähl einmal. Keine Ahnung, ich habe noch nicht mehr aufgepasst, war mir zu langweilig irgendwann. Also bei Mac würde ich nichts Besonderes sagen. Bildschirmschoner haben sie. Ja, das ist ja, okay. Die Widgets. Das ist mir ziemlich wurscht, weil ich verwende keinen Bildschirmschoner. Widgets kämen wieder. Ja. Entschuldigung. Wann haben sie damit aufgehört, bei OS-Fußfanner-Version? Snow Leopard oder was weiß ich, was fragen wir nicht. Keine Ahnung, hier von den 90er. Ja, genau, es kommt jetzt wieder nachher. Das Einzige, das cool ist Videokonferenzen. Da gibt es ein Präsenter-Overlay, wo du sozusagen ins Screen sharen kannst und du dann davor stehst oder dein Bild in so einem Kreis drinnen ist. Das war so, dann schaust du über den Kreis drüber, dann hat das so eine dreidimensionale Ansicht. Nicht, ja, aber wo? In Zoom in dem Fall. Ja, aber das kannst du ja jetzt schon machen. Das ist ja nichts MacOS-Abhängig. Ja, deshalb sage ich dir, ja, weißt du, du musst ja sagen, das sind halt so ein paar Geschichten. Du kannst dann jetzt, glaube ich, Websites wie am Handy auch als so eine Art App speichern, dass du nicht mehr dauernd ansteuern musst. Was ich immer noch extrem scheiße finde, die komische Funktion ist, iPhone als Webcam zu verwenden. Da sollen sie einfach mal eine gescheite Webcam verbauen. Nein, nein, das sollst du ja nicht mein Phone dazu behängen. Das sollst du ja iPhone kaufen. Ja, aber das finde ich kacke. Ja, eben. Passworts. Ja, dann ein Journal, glaube ich, kommt auf iOS oder kommt das am Mac auch, ist dann eh wurscht. Ja, das finde ich cool. Das Journal finde ich wiederum ziemlich cool. Das finde ich eine gute Idee. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also, die Notizen vom Talk oder Erinnerungen vom Talk da niederzuschreiben. Also, das ist etwas, worauf es extrem viele Third-Party-Kraftwerke gibt, aber die alle ein extrem beschissenes Abzockmodell haben mit monatlichen Beiträgen. Ja, ja, das ist okay. Ein Abo-Modell für ein paar Texte finde ich halt schon ein bisschen schlimm. Ja. Vor allem, wenn du es selber schreibst. Dann, was noch cool ist, vielleicht in die Reminders-App kommt jetzt eine Einkaufsliste, die sich automatisch sortiert und in Kategorien einteilt. Ja, auch nichts weltbewegendes, aber sie kommt zumindest. Da bin ich gespannt, wie sich das in der deutschen Version umsetzt, weil wir nutzen ja da in der Family Bring als Einkaufsmap. Die kannst du auch über mehrere Benutzer synchronisieren. Das funktioniert tadellos. Ich bin nochmal gespannt, ob sie das besser machen. Schauen wir auch mal. Ich bin da ein Fan, ich merke mir die Dinger, die ich einkaufen muss. Du? Nein, ich nicht. Ja, keine Sorge, ich vergiss da noch die Hälfte. Aber es ist bei mir nicht so tragisch, da ich nur für, dass sozusagen, da ich jetzt nicht für viel Leid einkaufen muss. Ja, okay. Ja, und ich würde es mir lieber zusammenschreiben, damit ich nicht zwei- oder dreimal einkaufen. Nein, ich sage, bei einem Familieneinkauf verstehe ich das, das wäre mir dann auch ein bisschen zu viel. Ja. Also das, aber ja, sagen wir so, meine vier Zwetschgen schaffe ich noch. PDF, gibt es Notizfunktionen und so weiter, das ist eh alles ziemlich cool. Vergiss, nichts Spannendes, wir können weitergehen. Na warte, Keyboard. Es ist nichts. Autokorrektur, Gaming, haben wir eh schon gesagt. Das Gaming ist das Spannendste. Ja. Der Rest ist, vergiss es. Dann iPadOS, ja, jetzt kommen halt, jetzt kommen die Lockscreens, ja, das haben sie von Google übernommen, dass halt da mehr los ist auf den Lockscreens. Dann kommen interaktive Widgets, welch Wunder. Ja, die gibt es bei iOS dann auch, ja. Ja, ja, paar Searchfilters, Read and Audio Message Transcription, ja, das geht halt auch, okay. So, das heißt, das ist vielleicht noch cool. Ja, für mein iPad wäre es wahrscheinlich eh nicht mehr gekriegen, das 17er. Das gibt aber am iPhone auch, das heißt, wenn da jemand eine Voice Message schickt, kriegst du halt das jetzt, kannst du es lesen, was ich praktisch finde. Ja. Das finde ich praktisch, weil ich mag keine Voice Messages. Ich hör mir die prinzipiell nicht an. Naja, ich hör mir sie schon an, wenn es mir jemanden schickt, dann hat es wahrscheinlich einen Grund, aber ich mag sie halt nicht zönerlich gern. Beziehungsweise, ich hör es mir halt an, aber ich antworte halt meistens schriftlich aus, weil ich bin gerade im Auto oder sowas. Nein, ich finde das, ich meine, wenn es einen Grund gibt, ja, aber meistens ist das nur eine Form von Bequemlichkeit von dem, der es verfasst. Ah, okay. Und vor allem, es ist ja das, wo soll ich es meinen anhauchen? Jetzt bin ich irgendwo, wo 17 Leute mithauchen. Ja, klar hauche ich mir jetzt die Audi Messager. Ja, und dann stehen alle immer so mit dem Handy so. Ja, genau, ja, so möchte ich auch dastehen. Ja. Neues Sticker haben sie eingeführt. Wow. Ja, du kannst record a video or the message when someone misses your FaceTime call. Das heißt, dann kannst du halt so eine Nachricht hinterlassen. Ja, das ist halt jetzt sozusagen Video, Voice, Video Mail. Ja, okay, passt. Du kannst FaceTime auf Apple TV verwenden. Wow, ich kann jetzt so tun und es wird erkannt als Daumen hoch. Wow. Auch nicht schlecht. Ja, dann das, was vielleicht praktisch ist, du kannst jetzt PDFs schneller ausfüllen, weil es halt erkennt, wo du was reinschreiben kannst. Okay, ja, das ist gut, ja. Du kannst auf PDFs gemeinsam zusammenarbeiten, ja. So halt ein paar überarbeiten, okay. Du kannst Autofill, das ist vielleicht praktisch, Autofill Verification Codes Received in Mail. Das heißt, wenn du via E-Mail so einen Zwei-Faktor-Code kriegst, wird er da automatisch reingeschrieben. Ah, das ist gut, ja. Das ist mit dem iMessage oder mit SMS schon vorher gegangen, das geht jetzt auch. Ja, stimmt. Ja, der Stage-Manager wird ein bisschen flexibler, aber bleibt halt noch immer iPadOS. Und ja, das ist das. Was mir gefällt hat, gibt es irgendwas zu Siri? Wird Siri jetzt intelligenter, schlauer, besser oder bleibt sie immer noch so scheiße? Ich glaube, du hast die bei dir ein bisschen verpfuscht. Nein, habe ich nicht. Ich bin nicht der Einzige, der schlechte Erfahrungen mit Thailand hat. Also meine, die funktioniert bei mir so, wie sie immer funktioniert hat. Ich meine, sie waren nie weltbewegend, aber das, was ich brauche, funktioniert. Das ist ja das Nächste. Vielleicht ist es ja bei mir auch einfach so, sie funktioniert nicht weltbewegend. Und die bin ich mittlerweile Besseres gewohnt. Puh, gute Frage. Ja. Gute Frage, ich weiß es nicht. Also, ich kann nicht klagen, das, was ich brauche, funktioniert eigentlich immer einwandfrei. Ja, ja. Vielleicht, was ich bin... Vielleicht wird es ja besser. Ja, was... Gehen wir zu iOS gleich weiter, wenn du schon da bist. Ja. Ja. Ich meine, du kannst jetzt so eine Art Visitenkarte, wenn du bei jemandem, der ein iPhone hat, anrufst, dann siehst du das quasi da auch ein besseres Profilbild, wer anruft. Also, das ist ganz oben, das ist das. Aber da frage ich mich, du kannst für dich eine Visitenkarte machen, oder? Ja, richtig. Und die kann meine... Und die wird dann angezeigt bei einem Empfänger. Der ein iPhone haben muss, natürlich. Ja. Ja. Dann, was ganz cool ist, send a call to voicemail and see a live transcript of the message. Das finde ich cool. Jetzt wird sozusagen jemand dir zuerst in die Voicemail geschickt und dann kannst du später noch entscheiden, ob ich abnehmen will. Ja. Du rufst an und dann sprichst du mir was auf die Voicemail und dann könnte ich noch entscheiden, ich hebe dich echt ab. Ah. Das heißt, ideal für so Spam-Caller. Ja, aber das geht ja nur mit FaceTime. Nein, das geht eben, das ist sozusagen, das ist live Voicemail. Das ist wirklich, wenn du anruhrst. Ich hoffe, das geht auf Deutsch auch irgendwann. Das heißt, ich kann, also das Handy hebt ab. Das Handy schickt dich sozusagen in die Voicemail und ich sehe dann, was du quasi in deiner Apple interne Voicemail. Ja, genau. Und ich sehe dann, was du da reinspringst. Du landest nicht in deiner Provider-Voicemail, so sie befinden sich in der Yes-Box. Ich meine, gutes Thema, wahrscheinlich kostet das eh wieder 10 Euro Aufpreis bei jedem Provider. Nein, weil ich glaube, der Ansatz wird so sein, du wirst dir das wahrscheinlich so im iOS konfigurieren, dass das Handy anrufe annimmt und du kannst am iPhone schon eine Nachricht hinterlassen, weil es macht dir keinen Unterschied, ob du jetzt in der Provider-Voicemail landest oder in der iPhone-Voicemail. Das wäre super, weil zum Beispiel, ich zahle ja glaube ich 1 Euro für das, dass ich diese Visual Voicemail habe. Wo? Bei Magenta. Was soll das sein, bitte? Die Visual Voicemail, dass du da quasi in der Telefon-App da unten auf den Reiter Voicemail klicken kannst und da die Nummern nochmal drinstehen und dass du sie anklicken kannst, dass du nicht diese däpperte Nummer anrufen musst und dann die da durchtippen musst. Ich habe von dem noch nie mehr Leben was gehört. Vom Visual Voicemail? Ja. Keine Ahnung, noch nie mehr Leben gehört sowas. Okay. Ist mir neu. Ja, weil sie den meisten Provider gesperrt haben. Okay. Okay. Was noch ist, dann hast du noch diesen, so eine Art Standby-Screen, wenn du es über Nacht hast, verstehe, dass so der Wecker oder so die Uhrzeit in groß angezeigt wird. Funktioniert nur mit den OLED-Modellen, ja. Ja, Standby nennt sich das. Keine Ahnung, werde ich nie benutzen. Dann kannst du auch Live-Activities im Fullscreen ansagen, natürlich interaktive Widgets. Was kommt, du kannst Nummern jetzt über Airdrop austauschen. Ach so, das ist das Handy zusammenlegen und Kontakt dort ausgetauscht, ja. Das ist praktisch. Du kannst jetzt wesentlich mehr halt sharen. Also das heißt, Airdrop transfers continue even if you step away. Das heißt, wenn du nachauseinander gehst, wird über das Internet weitergeteilt. Genau. Ist zum Beispiel praktisch, wenn du die Scheidungsdokumente so austauschen willst, dann kannst du danach, wenn ich das gleich getrennte Wege gehe. Ja, das ist gut. Na ja, das Journal ist da eben drauf. Die Autokorrektur soll jetzt endlich besser werden. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Naja, es kommt dann immer wieder drauf an, wie das nachher mit Deutsch funktioniert, ja. Ja, und das war eigentlich... Ja, das war es eigentlich. Schon wieder was mit Passwörtern, schon wieder was mit besseren Suchergebnissen. Und wieder was mit AirPods. Ja, da haben wir quasi das gleiche, wie vorhin wieder. Wie Siri wird wieder erwähnt. Spotlight. Krieg ein bisschen auf. Ein paar bessere Features. Top-Hit, ja, mei. Bei WatchOS war es spannend, dass es Snoopy-Watchfaces gibt. Oh, für die jetzt wahrscheinlich der Kaufgrund, oder? Das ist für mich das erste Argument, warum man sich sowas kaufen sollte, aber das ist mir auch noch zu wenig. Ja, also das habe ich das Coolste gefunden. Der Rest habe ich einfach nicht zugekauft, weil mir das Ding persönlich null tangiert. Ja, ja, sicher. Ja, cooles Watchface, ja. Gefällt mir. Ja, das ist okay, das habe ich ganz nicht gefunden. Der Rest ist mir da so, also, ja, das ist so klassisch Apple-Watch-Ding, also, wäre ich nicht gut zu verstehen. Ja, das tangiert die nicht und mir jetzt auch nicht wirklich. Also, ich finde, sie funktioniert, wie ich sie habe, eh ganz gut. Deswegen hoffe ich, dass das Update nicht alles irgendwie verschlimmbessert. Mental Health, ja, gut, das bringt bei mir auch nichts mehr. So, jetzt warten wir ganz kurz, jetzt kommt meine Pizza nämlich. Ah, ja, so. Musst du aufpassen, beim Pizzaboten, das ist nicht, dass ich da eine schlüpfrige Überraschung kriege. Ja, gell, ich hole mal eine Pizza. Was? Schau. Ja. Ja, das ist wieder mal typisch, dass der Alex sich da verabschiedet während der Aufnahme. Ich finde gut, das ist eine gute Möglichkeit, du jetzt in der Zwischenzeit mal mein Crypto-Coin-Portfolio zu checken. Okay, hat sich nichts getan, wie immer noch nichts. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da jetzt großartig erzählen soll. Ich warte eigentlich nur auf den Alexander. Und der, ja, der will ja scheinbar sein Pizzabon abholen. Gut. Und schauen wir mal durch, was es noch so gibt bei Apple Fitness. And so much more. Also nichts. Okay, meine kriegt zumindest noch ein Update. Series 6. Ah, okay. Du kannst ja gleich nochmal hinterhupfen zu iPadOS und nochmal schauen, ob mein iPad, das ja eigentlich nur noch in der Küche als Medienzentrale, Rezept und Einkaufsliste genutzt wird, auch das Update bekommt. Oh, steht nix. iPadOS ist compatible with these devices. Sechste Generation und later. Yay, ich krieg's auch noch. Sehr gut. Spannend. Gut. Da, Alexander ist wieder raus, Süßaschak. So, Adola. Entschuldige. Ja, ja. Du tust ja jetzt einfach was essen, gell? So, so wie du kannst. Ja, ja. Also kein Stress. Ja. Du tust dich nicht hetzen. So, wir können da jetzt prinzipiell weitergehen. Und zwar, das, was das Nächstes noch ist, ist eben das, was jetzt wahrscheinlich das Spannendste war, was natürlich insgesamt vorgestellt worden ist. Ja. War, ähm. So, was das Spannendste jetzt war, ich hab jetzt eine Pizza gekriegt, wo alles verschoben ist. Das war jetzt das Spannendste. Das war jetzt das Spannendste. Haben sie sie jetzt hochkant transportiert oder wie? Ja, alter Falter. Halt doch mal in die Kamera, das will ich jetzt sehen. Boah, ich kann da, ich kann da ein Foto schicken, das krieg ich nicht auf Kamera drauf, weil dann schaue ich, und dann bin ich angepatzt von oben bis unten. Alter Falter, ey. Ich glaub, das ist es. Boah, muss ich jetzt echt, muss ich jetzt echt bei den, nein, ich mag ja das gar nicht reklamieren, hey. Das tut mir eh so leid, immer. Ah, hast du das über den Bösen? Ja, ah, das tut mir eh so leid. Ah, das. Oh. Aber sie schaut gar kurz, aber sonst schaut sie gut aus. Ja, aber, ah. Aber der Pelag ist halt teilweise nicht mehr oben. Ah. Also das, was übrig ist, ist jetzt Teig und Käse. Ja. Aber sonst schaut sie gut aus. Das ist ja schön, ein dicker Teig, die schaut gut aus. Warte mal, ich muss dich jetzt auf einen Teller tun, weil das geht sonst nicht. Okay, dann machen wir wieder eine kurze Pause. Mach das, mach das, Alex, ja. Der Alex hat jetzt gelernt, wie man den Spannungsbogen hochhält, so wie es ausschaut, weil er wollte jetzt das Spannendste ankündigen von der WWDC. Und das ist der Pizzaunfall dazwischengekommen, jetzt noch zwei Teller, die er holen muss. Also er schafft es natürlich, die Erwartungshaltung hochzuhalten und zu schüren. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Spannendste ist, was er jetzt sagen will. Ach so, ja, kann ich mir schon denken, verdammt. Hüpfen wir mal rein, oder? Weil das Ding dürfen wir ja absolut nicht vergessen. So, wo ist er denn? Ja, noch nicht hier. Hm, der ist in der Küche, so wie es sich so anhört. Möglicherweise sogar der Teller runtergefallen, so wie es sich so anhört. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also der Alex wird jetzt sicher sagen, das Spannendste ist die VR-Brille, VR-AR-Brille von Apple. Ich sag's gleich, die kostet, soll sowas im Rahmen von 3.500 Dollar kosten. Also das ist nichts für den, ja, normalen User. Wenn ich 3.500 Euro auf der Seite hätte, würde ich mir wahrscheinlich was anderes kaufen. Tja. Na, Alex ist scheinbar den Teller noch bei Kika kaufen gegangen. Ah, er ist schon wieder da. So, da, da. Hi. Ja. Und? Jetzt ist dein Bild eingefroren, das ist auch ganz gut. Mein Bild ist eingefroren. Ich höre ihn auch nicht mehr. Ah, jetzt hörst du? Ja, bin ich wieder da. Oh, das Bild ist ganz klein, ja. Ja, dein Bild hat sich gerade verkleinert. Warum? Weil die Bandbreite gerade in den Keller gegangen ist bei dir. Aha, okay. Wahrscheinlich hat die Internetverbindung nicht ganz, nicht ganz, äh, vielleicht hast du mit dem Teller gerade das WLAN gestört. Das könnte sein. Ja. Also, das Spannendste, lass mich raten, war die Pizza, was ich gekriegt habe, ja? Ja, okay. Du hast davor den Spannungsbogen so hochgehalten und du wolltest sagen, das Spannendste und dann, jetzt nimm natürlich einmal einen vorzüglichen Genuss, äh, einen vorzüglichen Biss von deiner vorzüglichen Pizza. Ja, tue mal. Ja, sie wäre geschmacklich echt nicht schlecht, weil es ist halt so, das erinnert so an einen, wie heißt der Maler, Jason Pollock oder sowas, der überall so Kleckse draufgeschmissen hat. Aber, gut, gehen wir hin zur, zur Taucherbrille in die Zukunft. Ja. Ja. Das ist die Apple Vision Pro. Ja. Was, äh, Spatial Computing Gerät ist, das heißt, das vereint AR, VR, Mixed Reality und das ganze Zeug halt. Und das hat halt schon ziemlich cool ausgeschaut, was man damit machen kann, ähm, was ich einmal super finde, dass sie es einmal relativ breit angelegt haben vom, vom Use Case her. Das heißt, du kannst damit einerseits Fernsehen schauen, dann kannst du damit arbeiten und dann kannst du damit auch sozusagen supergute Videocalls machen und auch Musik hören, weil alles in der Brille halt drin ist. Ähm, ja, was ich jetzt von den ersten Tests so gehört habe, soll das ziemlich beeindruckend sein, das ganze, ähm, alles. Ui. Das soll ziemlich, ziemlich abgehen. Und, mich, mich wundert es hier eh nicht. Also, ähm, Apple hat sich damit Zeit gelassen. Ja. Sie haben auch, sie haben auch wirklich sehr, sehr, also sie haben kein Geld gespart bei den Dingen des Sigma. Ja. Allein, dass das Eye-Tracking genutzt wird, um die Position der Linsen an deine Augen anzupassen, automatisch. Ja. Dann natürlich, dass das Audio quasi direkt, das Audio quasi, ich glaube, das machen sie über den Schädelknochen auch. Mhm. So wie das ausschaut. Wo halt sagen wir, ja, das ist schon sehr durchdacht alles. Dann, was super ist, dass sie den Akku natürlich extern gemacht haben. Ja. Das ist halt sehr praktisch. Sport bis Gewicht. Ja, du hast es nicht am Kopf drauf, was super ist. Und es ist halt auch das, ähm, weil die meiste Zeit wirst du das Ding sowieso am Strom gesteckt haben, weil, sonst kannst du es zwei Stunden benutzen. Ja. Na, es ist, es ist ziemlich cool, ja. Das Gewicht soll halt hoch sein, das ist einmal markiert, äh, markiert worden in erster Linie einmal. Ähm, andererseits. Obseits vom Entertainment-Bereich, also vielleicht aus Spielspielen oder Filmen oder Videoschauen oder für Business-Anwendungen. Naja, eine Sache, was ich auch nicht... Wüsst ihr jetzt nicht, wofür ich das Teil verwenden sollte? Hm. Eine Sache, was ich ganz spannend... Weil es schaut beschissen aus. Also, wenn man da jetzt das Video anschaut, ich will nicht so vor meinen Kindern sitzen. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ich finde, ich weiß nicht, das ist irgendwie, irgendwie, irgendwie geht das Richtung dystopischen Science-Fiction-Film. Ich meine, wo ich halt die Anwendung sehe, ist halt das, wenn ich mir jetzt wirklich denke, wenn das so funktioniert mit dem ganzen Eye-Tracking, Finger-Tracking und Filme damit anschauen, muss schon genial sein. Ja, eh, eh, also auf alle Fälle, also, ich finde es, ich finde es ziemlich cool, dass sie das technisch so gemacht haben, dass, dass du durch das Teil durchschauen kannst. Ja, ja, aber du schaust ja nicht wirklich durch. Das ist ja quasi, das ist ja quasi, richtig, die Augen, die man da vorne ja sieht, werden ja projiziert, also, werden ja nach vorne hin ausgeben. Das ist ja, das ist das, was auch irgendwie so wird, ist. Ich würde es gerne mal, ich würde es echt gerne mal wirklich probieren. Allerdings. Ja. Nicht kaufen. Ja, sagen wir so, für das wäre mir der Spaß jetzt auch zu teuer. Aber was natürlich spannend ist, auch wenn du zum Beispiel sehr häufig mit mehreren Bildschirmen arbeitest, da ist ja das Ding viel praktischer. Ja. Das schon, also, es ist schon ziemlich cool, also, es ist ja durchgetaucht, es ist das mit dem, mit dem Surfen, mit dem Browsen, mit dem, also, ein Safari auf dem Teil verwenden, ja, Hammer, mit Gesten und so weiter, das zu machen, genial. Das mit dem Akku ist, finde ich, ist, finde ich, immer ein bisschen merkwürdig, weil du hast halt trotzdem noch ein Kastel, wo du dir irgendwo einstecken musst. Sicher. In die, in die Hosentasche oder wo auch immer, dass sie zumindest einen Akku für eine Stunde oder sowas im Teil verbaut haben. Das wäre sicher zu schwer geworden. Aber es ist eh schon schwer genug, deswegen wahrscheinlich ja. Vor allem ist halt auch das Problem, bei dem Ding, an internen Akku, wenn der hin ist, ist das ganze Teil hin. Ja, ja, klar. Muss man ja mit einplanen. Ich meine, das Ding lebt halt in Zukunft von den Apps, die drauf ausgekommen. Ja. Und was halt praktisch ist, es ist ein M2-Chip drinnen und ein eigener R1-Chip, der für das Real-Time-Mapping oder für die ganzen neuen Input-Sachen zuständig ist, für die Sensoren und so weiter. Oh, jetzt habe ich gerade was kaputt gemacht da. Ah, jetzt ist der Alex wieder noch, okay. Du hast mich kaputt gemacht. Naja, ich habe gerade, ich muss jetzt da live dein Video, dein Bild da ein bisschen fixen. Im Stream. Weil irgendwas mit der Bandbreite nicht passt. Okay, jetzt ist wieder gut. Die Bandbreite kann meine ganze Form der Schönheit nicht erfassen. Ja, genau. Zurück zur Brille. Ja, ich finde, Apple hat sich Zeit gelassen und bringt jetzt wirklich was, was von vorne bis hinten, was Software und Hardware angeht, komplett durchdacht ist. Also, Meta darf sich brausen gehen mit ihrer Oculus. Ja, da musst du jetzt denken, was haben die mir eigentlich gemacht. Valve hat komplett einen anderen Ansatz, nämlich Gaming, rein Gaming. Und Apple hat da, also zumindest das, was die Videos und die Präsentation und so weiter und die Feature-Sets, die da präsentiert sind, angeht, etwas gebaut, was von vorne bis hinten durchdacht ist und das Alltagsgerät genutzt werden kann. Ja, vor allem der Ansatz ist halt besser, weil sie haben ja bei der Apple Watch auch so angefangen. Sie sind einmal in die Breite gegangen und dann hat sich halt immer mehr herausgestellt, das Ding ist halt hauptsächlich dafür da, wenn du so Sport oder sowas machst. Genau, genau. Die Apple Watch war so quasi als Smartwatch, als ganz normale Smartwatch gedacht mit möglichst vielen Funktionen, um alle zu anzusprechen und nachher hat es sich herauskristallisiert. Okay, viele nutzen das als Sportuhr, jetzt bauen wir halt wo die Health- und Fitnessfunktionen aus. Deswegen bin ich gespannt, in was für eine Richtung, dass es da geht nachher. Weil sie haben ja am Anfang auch noch die ganzen Fashion-Dinge da gehabt mit diesen Exklusiven Modellen. Das war ja komplett eine Chance. Ja, sind sie auch vollkommen weggekommen von denen. Ja. Ja, das Eye-Tracking findet ihr mal echt Hammer, also wie sie das da machen. Ja, ich bin, also ich würde das Teil mir echt gerne irgendwo einmal, leihweise einmal holen für ein paar Tage. Bin ich immer gespannt, wann und wie das noch verfügbar sein wird. Es gibt ja auch so diverse Anbieter, wo du da so ein Gerät einmal leihen kannst für ein paar Tage. Also es kommt Anfang nächsten Jahres in Amerika raus nur. Ja, ja, eben. Das heißt, da ist eh noch viel, 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 viel Zeit bis dahin. Jetzt haben sie es einmal so quasi vorgestellt für die Entwickler, für die Third-Party-Entwicklung, dass die sich da einmal austoben können, damit man da in einem Jahr, Anfang nächsten Jahres in den USA, oder? Und Ende nächsten Jahres, dann, dass die die Third-Party-Entwickler jetzt einmal loslegen können. Ähm, ja. Und möglichst viele coole Apps bereitstellen können. Und dann, ja, das, ja, ich bin angetan. Wenn das Teil nicht so verdammt teuer wäre, würde ich sagen, shut up and take my money. Ich meine, es ist so, man muss in Anbetracht der Teile, die da drinnen sind, und der Technik sagen, es ist ja nicht einmal unverschämt vom Preis her. Ja, und du musst jetzt, äh, drei, vier, fünf Jahre Entwicklungszeit ja noch einberechnen. Naja, weißt du, ich denke so, ein richtig guter OLED-Fernseher kostet das auch. Jaja, klar, sicher. Und dann hast du aber nur einen Fernseher. Mhm. Und da hast du halt jetzt wirklich die Taucher-Brille der Zukunft. Mhm. Wäre es was für dich? Würdest du dir das besorgen? Um den Preis nicht. Also das, ähm, da ich, ich hätte mir nicht, ich habe ja nicht einmal für tausend Euro einen Fernseher gekauft in meinem Leben. Ich auch noch nie in meinem Leben, ne. Würde ich auch nicht machen. Und da sage ich, bei dem Ding würde ich wahrscheinlich sogar erst den Ansatz gehen, einmal ausleihen, sich das anschauen und dann sich wirklich gut überlegen, brauche ich das? Ja. Und einen tieferen Sinn. Ja, voll. Versuchen zu finden. Vor allem, ich würde mir niemals die erste Generation von sowas kaufen. Nein, das, 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 das sowieso nicht. Vielleicht kippe ich irgendwann eine Vision Pro Air, außer. Ja, das, das, es, es wird sicher eine Vision, es wird dann sicher, das haben sie ja angekündigt, es wird unterschiedliche Modelle geben. Ja. Das ist halt jetzt einmal das, was derzeit einfach so das Nonplusultra ist. Nonplusultra ist, ja. Also ich sage so, in fünf Jahren reden wir wahrscheinlich von ganz was anderen. Weil das normal sein wird? Also ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich, ah, dann wirst du wahrscheinlich ein günstigeres Produkt da haben. Ja. Ja. Ich meine, es ist generell schwierig, also ist einfach schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass das Ding seinen Weg finden wird. Ich weiß nicht, für die breite Masse ist es zu teuer. Ja, sag das nicht. Wie schon gesagt, ich nehme das Beispiel mit einem 3000 Euro Fernseher, die werden auch gekauft. Was, 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 was? Du warst kurz weg. Nimm die, nimm die, nimm die 3000 Euro Fernseher her, die werden auch gekauft. Ja, es werden eigentlich 4000 Euro Fernseher gekauft. Ich habe jetzt ein Bundle gesehen, Playstation 5 plus Fernseher, plus also 92 Zoll LG Fernseher um 4700 Euro oder sowas. Ja, und ich bin mir sicher, es kaufen leid. Also von dem her, der Preis ist nicht schlecht. Vor allem, du musst ja das denken, was es da halt wieder, jetzt weißt du, wenn du anhaftest, da geht es ja auch um das, viele Wellen ja die Ersten sein, die das Ding einfach haben. Ja, ja, die Early Adoption, das ist klar, ja. So, ich sehe ja jetzt schon lange Schlangen vorm Apple Store. Ja, das kannst du haben, ja. Vor allem, weil mit dem Produkt haben sie ja auch, Sache ist ja nicht blöd, du musst ja sogar einmal vorbeikämen und das anprobieren, welches Kopfband du brauchst, weil die gibt es in unterschiedlichen Größen, damit es perfekt passt. Damit es nur eine Person tragen kann, meinst du? Das ist eine andere Geschichte. Du kannst ja unterschiedliche andere Größen noch dazukaufen. Natürlich. Für 750 Euro ein Stück. Hä? Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich würde jetzt gleich so Apple Preise annehmen. Ich meine gut, wenn du jetzt deine Familie damit ausstatten möchtest, müsstest du in Zukunft nachher ein paar davon kaufen. Ja, 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 nein, 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 also ich finde es cool, da lasse ich absolut nichts sagen, also es ist wieder mal so ein Wow-Erlebnis, das mir eigentlich bei den ganzen, ob es jetzt Google IO ist oder Apple WWDC oder überhaupt bei einer Apple Keynote, was mir abgegangen ist die letzten Jahre. Das ist mir so richtig so ein Wow. Ja, das ist so ein Wow wieder einmal, ja. Es ist nicht so, dass sie jetzt was komplett Neues erfunden haben. Das hat Apple noch nie. Das hat Apple sowieso noch nie. Aber, ähm, so in der, keine Ahnung, ob wir es haben werden, aber die Perfektion, wie die ersten Reviewer das gebracht haben, das so in der Perfektion auszubringen, eine VR AR Brille, wow. Ja, 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 es ist, äh, es ist definitiv, es ist sicher das beste Headset, was jetzt einmal gekommen ist seit langem. Ja. Aber nichtsdestotrotz beenden wir das, sonst kriege ich, äh, viel mehr Trigger für einen Impulskauf fürs nächste Jahr. Ja, du kannst es nicht einmal, selbst wenn du möchtest. Ich sage, im nächsten Jahr. Ja, das wird so schnell auch nicht, glaube ich, nach Europa kommen, das Ding. Ja, eh. Gut. Ähm, deshalb, also, ja, ich sage einmal, kann spannend werden. Ja, definitiv. Aber wird noch dauern. Dann gehen wir weiter im Programm und, ja, weil ich habe, ich habe heute ein bisschen Themen, so ein bisschen außerhalb von, von unseren üblichen Tech-Gee, blabla, blabla. Was ich ziemlich cool gefunden habe, war ein Artikel in Golem, den ich gestern gelesen habe, ähm, so ein Whistleblower, der teilweise bei, ähm, die letzten Jahre beim amerikanischen Militär gearbeitet hat und da bei einer Abteilung, die sich um nicht identifizierte Flugobjekte, mit nicht identifizierten Flugobjekten beschäftigt. Und der eigentlich ein relativ, wie soll man sagen, ein gutes Standing hat und, ähm, eine Biografie und man ihm nicht zutrauen würde, dass er einfach irgendein komischer Aluhutträger ist, hat, hat jetzt, ähm, mit einem Boulevardmagazin gesprochen und hat halt gesagt, ja, die USA sollen ein intaktes außerirdisches Fluggerät besuchen. Jetzt nicht nur eins, sondern mehrere. Ja, 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 ja. Das finde ich ziemlich, finde ich ziemlich abgefahren und witzig. Vor allem nach Hintergrundrecherchen soll der halt nicht irgendein komischer Typ sein, der irgendwo in seinem Wohnwagen mitten in der Wüste sitzt und, und jeden Tag im Himmel schaut und, ähm, nach UFOs sucht, sondern schon, ähm, im gehobenen Management unterwegs gewesen sein. Nein, ich finde das echt, das heißt ja nichts mehr heutzutage. Nein, ey, 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 oh Gott, das stimmt, ja, ich bin das perfekte Beispiel dafür. Ähm, aber trotzdem, habe ich das, habe ich das ziemlich witzig gefunden, dass der, ja, so behauptet, ja, er hat es zwar nie gesehen, aber er hat genug Unterlagen gelesen, beziehungsweise aus zweiter Hand gehört. Diese, und nein, das ist, das ist jetzt nicht, äh, äh, eine Zeichnung von dem, von dem Ausredischen, wie es ausschauen soll, aber er hat halt jetzt behauptet, die USA, die hat diese Fluggeräte. Fluggeräte. Was ich halt nachher auch wieder witzig finde, ja, natürlich, natürlich wieder die USA, wie in jedem Science-Fiction-Film, immer die USA. Es ist immer die USA, ja. Aber das wollte ich nur mal so am Ronde einwerfen, das ist jetzt kein großes Thema, aber es ist ziemlich, ja, ich weiß nicht, ich finde es amüsant. Hm, ja, ich weiß nicht, wollte er ein bisschen Aufmerksamkeit haben, oder um was geht es hin? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht ganz, worum es ihm da jetzt genau geht. Es hat ja da irgendeinem auch so einen amerikanischen, war das, keine Ahnung, von wo der war, von irgendeiner amerikanischen Institution, der auch gesagt hat, ja, sie gehen davon aus, dass Corona ein Laborunfall war. Ah. Ja, das war ja auch mal, und ja, dann haben sich da wieder alle draufgeschmissen, aber wo ich mir denke, ja, was hat diese Stelle mit Corona zu tun, was weiß ich, das, wenn es FBI als Beispiel sagen würde, ja, okay, das ist jetzt ein das und das. Ja, was haben die mit Corona zu tun? Stimmt, ja, klar. Nein, also, ich schenke dem jetzt nicht wirklich viel Glauben, ich finde es so witzig, das kommt jetzt einfach wieder mal irgendwie, einfach so aus dem Nix. War schön, Generations-Smartphone, es gibt, wo man ja eigentlich davon ausgehen würde, dass es viel mehr Sichtungen und was auch immer geben würde, wo sich in den letzten Jahren eigentlich nie was geändert hat, also, es gibt nicht mehr Sichtungen als früher. Außer man folgt auch auf den Subreddit UFO, wo echt gute Fake-Videos sind, muss man wirklich zugeben, gut gemachte Fake-Videos. Aber dass gerade jetzt, wo eh der Himmel und die Umgebung und die Umwelt eigentlich rund um die Uhr von allen möglichen Menschen mit der Kamera eingefangen werden kann, gibt es nicht mehr Sichtungen als früher. Und dann kommt sowas aus, ich finde es unterhaltsam. Also, nicht, dass ich nicht daran glaube, dass es außerirdisches Leben oder sowas geben würde, nur rein wissenschaftlich gesehen ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering, dass wir Menschen in der Lebzeit unserer Zivilisation Kontakt aufnehmen könnten oder sowas, oder jemand mit uns Kontakt aufnehmen könnte. Vor allem als außerirdische Zivilisation würde ich mir denken, wieso sollte ich mit dem Trottel in Kontakt treten? Außer, ich bin eine außerirdische Zivilisation, die nur Gutes will und die uns dann helfen will und uns vor unserer eigenen Zerstörung zu bewahren. Aber die müssten ja auch wissen, die Außerirdischen müssten uns ja auch beobachten und wissen, wir können den Menschen nicht helfen, weil wenn wir denen helfen, werden sie uns umbringen, weil es so funktioniert damit. Schaust du zufällig nebenbei, andere lustige außerirdische Lebensform, schaust du zufällig nebenbei unseren Livestream an? Nein. Lass doch nochmal mitlaufen, das ist relativ lustig, weil das ist verzögert. Ja, also ich habe ihn wohl offen, ja. Ja, es ist nämlich relativ witzig, weil eigentlich müsste ich jetzt reden, aber du redest nach wie vor noch. Im Livestream, du meinst im YouTube Livestream, oder? Ja, ja, sozusagen, da siehst du das halt, das ist so ein bisschen versetzt. Ja, 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 ich habe aus gutem Grund die Latenz auf hoch gestellt, damit die Videoqualität höher ist. Ah, okay. Du hast da mehrere Möglichkeiten, die Latenz zu checken, das passt schon. Okay, okay, cool. Das Endergebnis wird hoffentlich wieder in Ordnung sein, aber der Livestream ist jetzt ziemlich viel Fisch, weil es schaut sich ja keinerlei von dem Scheiß. Es haucht sich ja auch keiner an den Scheiß, also von dem her. Ja, gut, das kann ich mir mit Statistiken widerlegen. Ja, stimmt, ja, da haben wir wieder Statistiken, dass sich es doch jemand anhört. Ja. Hallo? Nein, stimmt. Also wenn das jemand behauptet, wird da sofort wegen Rufschädigung geklagt, wir haben einen Beweis dafür. Ja, haben wir. Und wie du schon gesagt hast, das wird nicht billig bei den Hörern zahlen. Ja, das stimmt allerdings. Weil wir müssen ja das ausgleichen, was wir an den Erfolgen nicht haben. Gut. Zum nächsten, du hast eine Twitter-Alternative. Ja, was witzig ist, Meta arbeitet an einer Twitter-Alternative auf Basis von Mastodon. Das heißt, ja, das ist, also sie machen einen Client, der dann quasi unter Instagram laufen soll, halt in einem separaten Bereich. Schaut ganz anscheinend so ähnlich aus wie Twitter und du kannst halt sofort mit Mastodon und den ganzen Instanzen kommunizieren. Das heißt, diese ganzen User und diese ganze Instagram-Base werden dann kombiniert. Heißt das, dass der die Twitter-Alternative von Instagram auch auf Fediverse basiert und mit den anderen Federationen zusammenarbeiten könnte? Ja, genau so. Mit Mastodon Social zum Beispiel auch? Ja, eigentlich so wie das da drinnen steht, kannst du davon ausgehen, ob das dann stimmt, ist eine andere Sache. Da steht neuer Metadienst interoperabel mit Mastodon. Könnte ja interessant werden. Ich muss ja zugeben, ich nutze Mastodon ja auch nicht wirklich viel und stark. Nein, es ist aber... Ich habe mir das zu Twitter-Zeiten schon irgendwie abgewöhnt. Ja, es ist so... War irgendwie zu schnell und zu frustrierend. Ich meine, seit das ganze Ding übernommen worden ist, nutze ich Twitter viel, viel weniger, weil es ist wirklich schlechter geworden. Ja. Also... Ja, das heißt, ich meine gut... Was ist schlechter geworden? Twitter. Twitter ist viel schlechter geworden, ja. Ja. Also allein den Content, den du da mittlerweile kriegst und der ganze Schwachsinn da drauf, seit es da... Der eine da übernommen hat, ist eher zum Grausen. Ja, wir haben halt Twitter den Vollidioten überlassen. Das ist halt... Ja. Alle... Alle Gemäßigten und Linken haben das Feld den Rechten und den Space Current Fans überlassen. Ja, was willst du auch tun? Ich meine, das geht halt immer mehr in die Richtung. Und ja, ich meine, der Schachzug von Meta ist gar nicht blöd, muss ich sagen, in dem Kontext. Ich finde es auch gut, vor allem finde ich es gut, dass sie sich so quasi ein bisschen Richtung Open Source und Open Society bewegen und quasi Fediverse nutzen und gleichberechtigt zu allen Online-Diensten sind. So quasi. Weil sie können ja immer noch ihre eigenen Features und ihre eigenen Dings implementieren. Aber dass du ja Interoperabilität hast zwischen allen Mastodon-Instanzen, wäre natürlich der Hammer, ja. Klar. Wäre nicht schlecht, ja. Aber natürlich einmal schauen. Ja. Stimmt. Ja. Auf alle Fälle, ja. Also man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, ja. Also aber es wäre zumindest einmal vielleicht etwas, was... Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Meta sozusagen der Heilsbringer ist. Also weil da gibt es eigentlich nur, aber es wäre zumindest einmal etwas, wo sie vielleicht mehr Erfolg haben als mit Okulus. Ja. Oder mit dem Metaverse. Oder mit dem Metaverse. Ja. Das heißt, das heißt, das heißt, das ist alles drinnen und dann hast du einen realen Avatar von dir. Ja, cool. Also nicht so einen wie im Metaverse, der ausschaut wie aus Minecraft. Ja, stimmt. Ja, stimmt, das ist ein Scheiße. Wo ich mir denke, und allein, wie sie das damals präsentiert haben, wo ich mir denke, ich hätte mir in Grund und Boden geschaut, wenn ich das hätte vorstellen müssen. Also ich hätte da einfach gesagt, Entschuldigung, dass wir den Schrott jetzt sagen. Aber wir kennen halt nicht mehr. Was sollen wir tun? Nein. Also wo ich mir denke, pui, ju, 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 also, ja, okay, also das ist sozusagen das. Warte, ich mache jetzt noch einen, weil du ein paar weniger Themen hast. Ja, magst du weiterhupfen, oder? Ja, ja, ich hupfe, ich mache jetzt zwei und nachher machst du weiter. Okay. Und zwar, ich habe da jetzt drei Links reingepostet, ist jetzt wurscht, welchen man nimmt. Tesla hat anscheinend ein riesengroßes Datenleck gehabt. Also es gibt sozusagen interne Gesprächsprotokolle, wo es darum geht, dass Tesla ohne einen Autopilot Null wert ist. Also da sind 100 Gigabyte an vertrauliche Daten, sind da sozusagen jemand zugestellt worden. Also das Handelsblatt hat da 100 Gigabyte an Daten erhalten. Darunter sind sensible Informationen von Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und halt auch Dokumente, wie es um selbstfahrende Auto steht. Es hat komischerweise in Herrn Musk nicht sonderlich gefallen, dass das nach außen gekommen ist. Ja. Weil die Beschwerdeanzahl über einen Autopilot ist doch relativ hoch. Ach, wirklich? Ja, das ist halt so, wenn man eine Alpha-Version quasi jemanden gibt und sagt, spiel damit rum und das auf einer Straße, wo jeder quasi Beta-Tester oder Crash-Tester damit ist. Ja, ja, das wissen wir eh, ja. Also das, ähm, das ist dazu, also, ja, also, ich schätze, dass Tesla vermutlich nicht die Firma ist, die als erstes einen Autopilot haben wird. Sie haben ja schon einen. Ja, den so zu bezeichnen ist mutig. Okay. Ich möchte nochmal verweisen auf die, ähm, auf die Minecraft-Avatare in Metaverse. Das ist ungefähr der Autopilot von Tesla. Okay. Also das ist so halt, ja, so quasi, als ob da jemand sozusagen mit so einer Zange das Lenkrad lenkt. Ja, ich, ja. Nein, vor allem, was ich immer spannend finde, ähm, alle anderen Hersteller bauen Kameras, Sensoren, was weiß ich was alles ein und Tesla sagt, nein, wir brauchen nur Kameras. Aber alle anderen machen es anders. Also da denke ich mir, ja, weiß ich nicht, das war meistens nicht der beste Ansatz, wenn es alle anderen so machen und du wärst als einziger die Wahrheit erfunden haben. Hey, du, bitte, wart ab. Mein Hyundai oder Kia hat auch das beschissene Lenkradl jetzt eingeführt in einen von ihren E-Automodellen. Also, ähm, welches beschissene Lenkradl meinst du? Ja, das, das komische, ähm, Nightrider-mäßige Lenkradl. Ja, Toyota hat das ja, oder Lexus, ich meine, ist dann das Gleiche. Ähm, ich sage ja nicht so, dass das Ding nicht funktionieren kann, nur... Es ist nicht praktisch. Ich stelle mir das durchaus schwierig vor, weil... Wie tust du nochmal, wenn du nochmal irgendwo kurviger wenden musst? Nein, das ist beim Lexus ist das behoben, weil das Ding funktioniert dann wirklich so, dass das genau dir den Lenkeinschlag gibt. Du brauchst für eine volle Umdrehung, also für eine volle Umdrehung drast du das Lenkradl nicht einmal voll um. Ja, ja, eben, eben, so wie bei einem Formel-1-Auto, wo es ja auch eben, wo du auch nur ein bisschen bewegst für eine Lenkung, wo es alles sehr sensibel ist. Aber bei Tesla ist es ja eben nicht so. Das ist einfach das alte Lenkradl genommen und ein neues draufgesteckt und du musst... Und die Hälfte, ja, ja, ich weiß. Ja, deshalb gibt es ja jetzt, du kannst ja das Ding da kaufen, dass du das draufstecken wieder kannst. Ja, ja, sieh ja. Ja, allein das, mir geht auch das an den Keks, dass ich da zum Blinken einen Knopf drucken muss. Weil da habe ich ja keinen Hebel mehr, keinen Sample-Stink. Ja, ja, klar. Also das allein, wo ich mir denke, ja, aber... Ja, das ist halt Tesla. Ja, ja, eh, nein, ich weiß auch nicht. Ich würde, ich würde, ich halte von Elon Musk generell nix. Tesla ist auch nicht seine Erfindung, das hat er ja alle aufgekauft. Ich würde da jetzt... Keine Ahnung, ich habe mich jetzt da in den Leak jetzt nicht großartig eingelesen, und ich würde es jetzt nicht einmal so extremst überbewerten, vor allem wenn es um Kundenbeschwerden gibt. Ich will nicht die Interner bei VW sehen. Nein, will ich jetzt auch nicht, das ist richtig. Ich sage nur immer, der Hausmeister weiß. Ja, weil... Mir würde es nicht wundern, wenn es bei VW im ähnlichen Umfang Beschwerden zu ihrer Automotive-Software geben würde. Also, ja, keine Ahnung. Ja, ja, ich meine, der Unterschied ist halt das bei den anderen Herstellern. A, sie verkaufen es nicht als Autopilot, das ist schon mal das Erste, und B, das Testen überlassen sie nicht der Kundschaft, sondern das machen sie wirklich auf abgesperrte Bereiche und selber. Ja, das stimmt. Das ist ja der größte Kritikpunkt bei Tesla, dass sie einfach Kunden sagen, ihr macht für uns die Testarbeit, und die wissen gar nichts von ihrem Risiko eigentlich. Ja, das stimmt, ja. Weil wenn ich das in einer, sozusagen, in einer Umwelt mache, wo ich weiß, okay, wir zwei fahren das Auto jetzt, und wir müssen hoch konzentriert sein, weil wir wissen, das Ding ist fehleranfällig, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, da hast du deinen Autopilot vor. Stimmt, ja. Ist eine andere Erwartungshaltung einfach. Für mich ist das Autopilot-Dingsi ohnehin immer eine sehr suspekte Angelegenheit gewesen. Ich glaube, auf Autobahnen und so weiter, auf relativ klaren und übersichtlichen Strecken ist das eh etwas, was so auch funktionieren könnte. Nur, ich will nicht, dass das Auto in mein Vorn groß eingreift. Naja, das tut mir das immer. Mit Vollbremsungen mit plötzlichen oder mit Lenkausschlägen mit plötzlichen. Mir macht es schon fertig, dass die Software von VW und Audi einfach random das Lenkrad vibrieren lässt und sagt, du bist aus der Spur gekommen, obwohl es kann, und nicht, weil du aus der Spur gekommen bist oder irgendwas, sondern nur, weil die Straßen, die Markierung einfach wahrscheinlich aufgrund des Alters und der Kamera einfach nicht gescheit sichtbar war. Ja, das kann passieren. Wie wird das beim Fahren fertig machen? Also ich sehe das bei unserem Firmenauto. Ja, das mit dem musst du leben. Das sind halt moderne Assistenzsysteme. Das, was ich haben will, ist, dass ein Auto bei einem plötzlichen Hindernis, das heißt, vor mir bremst einer und meine Reaktionszeit ist kürzer, dass das Auto auf Vollbremsung einleitet. Ja, mehr will ich. Das funktioniert ja auch zuverlässig. Aber alles andere will ich nicht haben. Ich will die ganzen anderen Eingriffe einfach nicht haben. Du kannst das ausschalten, ich Spurhalteassistent. Ja, ja. Sicher. Ja. Wo? Wann? Wie? Gehen die Einstellungen rein? Wie lang noch? Nein, mein Ding ist ja, dass das bei Tesla ja teilweise so von der reinen Planung her schon so von der Zukunftsvision jetzt so vorgesehen ist, dass das einfach da ist. Dass da nichts mehr drin sein wird, dass du das deaktivieren kannst. Ich sage, ich meine, ich glaube schon, dass ein Spurhalteassistent irgendwann gesetzlich sogar verpflichtend wird. Sicher, wenn er dann funktioniert. Bitte gerne, sofort. Sobald es einmal so weit ist, weil die Frontkollision ist ja mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben. Das muss ja drin sein. Was Notbremsung meinst du? Notbremsung bei Fußgängern und so weiter. Das muss ja drinnen sein. Also das ist ja schon verpflichtend. Was auch gut ist, und das wird halt da wahrscheinlich, da kommt halt immer mehr. Nein, ist okay. Mich wundert zum Beispiel das, was relativ praktisch ist, wenn du rückwärts ausparkst, dass er erkennt und dann sagt, hey, da kommt jetzt gerade was von der Seite. Das finde ich auch relativ praktisch. Ja, ja. Und eine Rückfahrkamera. Ich meine, da frage ich mich eigentlich auch, wenn das nicht, wenn das gesetzlich verpflichtend da ist. Ja, aber ich finde immer noch, also die reinen Sensoren, Abstandssensoren hinten oder vorne, allein finde ich zu wenig. Eine Rückfahrkamera, allein finde ich zu wenig. Aber die Kombination aus beiden ist der Idealfall. Ja, das ist der Punkt und das verstehe ich bei Tesla als Beispiel nicht, dass man da einfach sagt, ja, wir bauen nur mal Kameras. Ja, eine Kamera kann keinen Abstand schätzen. Also nicht so. Nein, vergiss es. Das ist, ich halte das, wie du sagst, die Kombination macht es da in dem Fall, weil schlussendlich geht es da um Sicherheit und nicht um so Pi mal Daumen. Ja, genau. Weil es macht halt einen Unterschied, ob ich rückwärts fahre und meine Kamera sage, ja, nein, da steht der Mensch, aber es geht sich schon noch aus und dann habe ich ihn zusammengeführt. Wo ich sagen muss, ja, das geht halt nicht. Das muss halt schon wirklich funktionieren. Ja, genau. So ist es. Also da, das finde ich deshalb und vor allem, weil es alle anderen Hersteller halt wirklich anders machen und denken, die bauen, die setzen auf die Kombination von unterschiedlichsten Technologien und sagen, okay, wenn einparken, wir verwenden die Kamera, also eine 360-Grad-Kamera rundherum und in den Sensor. Ja. So ist es. Und dann vielleicht noch irgendwo eine Kamera vorne oder was weiß ich was. Ja. Also was sagen muss, ja, also ist halt dann komisch, aber ja, wie schon gesagt, Elon wird schon wissen, warum. Ja. Ja, die Gründe, warum, ist mir schon klar. Sicher, weil es billiger ist. Ja. Ganz einfach. Ähm, ja, man denkt man halt da, ja, also, was kostet der Tesla Model S? Keine Ahnung, ich weiß, es ist außerhalb meines ermessenen Spielraums, meines finanziellen ermessenen Spielraums. Also ich meine, wenn das bei einem 100.000 Euro Auto nicht mehr drin ist, denke ich mir, ja, okay. Hm? Passt. Alex, du bist gerade Alex? Vor allem nicht einmal gegen Aufpreis, kriegst du es ja mehr. Alex, jetzt muss ich nochmal, jetzt muss ich nochmal kurz, du warst weg. Diese Park-Sensoren. Okay, Alex, sagt man nicht. Schrei mal nochmal kurz, was du sagst. Weil, an mir liegt es nicht. Ja, Alex hat es gerade gemerkt. und er ist wieder da. Das war jetzt echt seltsam, weil am Handy habe ich WLAN-Empfang gehabt und hat normal funktioniert, nur am Mac hat es mich weggekaut. Gut, okay, also, wo waren wir? Seltsam. ähm, ja, wurscht, ich habe gesagt, Linterhalmeer gegen Aufpreis, kriegt man es, was spannend ist. Ja. Gut, dann, hopf ich weiter, oder, zum nächsten Thema? Oder willst du jetzt noch eins vorziehen? Nein. Äh, ich mache noch eins. Du machst noch eins? Ja, dann, das ist, Winterschlaf. Dann machen wir, ja, wir machen Winterschlaf. Äh, etwas, was ein bisschen, das erinnert so an eine Vollnarkose, wo man auch noch nicht so hundertprozentig weiß, wie es funktioniert, ist das, sie haben es jetzt bei einer Rotte geschafft, sozusagen, die in so einen Ort Winterschlaf oder Hibernation ähnlichen Zustand zu bringen, mittels Ultraschall im Gehirn. Und Rotten halten, normal kein Winterschlaf. Mhm. Äh, es ist so, sie wissen selber nicht genau, warum das wirklich funktioniert und wie es funktioniert, also es ist eher das, wie es funktioniert. Äh, scheint relativ komplex zu sein, aber es hat zumindest noch ein paar Rotten funktioniert. Ja, und was will man damit machen? Ähm, was willst du damit machen? Hm. Puh. Per Ultraschall möglichst viele Menschen in künstlichen Tiefschlaf versetzen. Das ist echt eine gute Frage. Ja, man gut, wenn es ja weniger invasive äh, Möglichkeit, Alternative zur Vollnarkose ist, dann ist es ja okay so. Ich meine, ja, du kannst vielleicht endlich so, dann kannst du, dann wird Star Trek zur Wirklichkeit, dann kannst du sozusagen, dann können wir Elon vielleicht zum Mars schicken. Ja, aber die Reisezeit sind ja nur neun Monate. Ja, dann wird er da während schlafen. Ja, dann war mal neun Monate Ruhe auf der Welt. Die würden ja eigentlich generell ein bisschen weiter wegschicken. Ja, wenn, wenn du es lange genug erklärst, dass er dann der Erste da ist und dass er den noch kaufen kann, ist er sicher dabei. Wenn er einen Mars kaufen kann. Nein, was viel weiter weg ist, dann hat er den weitest, entferntesten Planeten von der Erde zum Kaufen. Eloria. Ilonoria. Ja, dann kann er da seine dystopische Fantasie aufbauen. Vielleicht ist das was. Ja, ich weiß wirklich nicht, was die Anwendung dafür ist. Ja. Da, ich meine, da ist das Einzige, sozusagen, dass du jemand, der unter lebensbedrohliche Dinge leidet, sozusagen, da du sozusagen den ganzen Organismus runterforschst und verlangsamst, dass du denen dann eventuell helfen kannst. Ja, okay. Ja, Alternative zur Vollnarkose wahrscheinlich. Vielleicht Vollnarkose, vielleicht, oder vielleicht zum künstlichen Koma. Vielleicht dahingehend, oder, ich weiß nicht, das ist jetzt so weit weg, realistisch vielleicht, dass du jemand, der Krebs im Anfangsstadium hat, denn sozusagen eine gewisse Zeit in künstlichen, so in einem Winterschlaf versetzt ist und ihn dann besser behandeln kannst. Wäre eine Möglichkeit, ja. Zum Beispiel bei überlasteten Krankenhäusern oder sowas, da man einfach alle in künstlichen Kühlschlaf versetzt, um sie dann nacheinander abzuarbeiten. Oh mein Gott, das ist ja, das ist auch sehr historisch. Ja, so. Sorgt das nicht ein Gesundheitssprecher von den Neos? Die würde sich auch ein Geschäftsmodell allein auch bauen. Ich stelle mir das so vor, du kommst da hin, ah ja, sie haben die Nummer 7.335, jetzt geht es einmal drei Jahre im Winterschlaf. Ja. Ja. Und dann siehst du da wieder in das Kammerl da rein, du kommst von dem schon vor dir da hängen, wie so. Oh mein Gott. Der Neoliberalismus wird es jetzt schon ermöglichen. Also von dem vielleicht kannst du direkt daheim registrieren, dass du sagst, ja, ich möchte mich jetzt für Behandlung haben. Dann kommt jemand vorbei, versetzt den Tiefschlaf und dreieinhalb Jahre später wirklich die Idee wieder auf und sagen, du hast die letzten dreieinhalb Jahre nichts eingezahlt für die Versicherung als Losmatz. Du hast die Miete nicht gezahlt, du wohnst in Longwater. Ja, genau. Oh mein Gott. Willkommen in der Welt der Neoliberalismus. Hört zu gut. Ja bitte, ich lasse die jetzt weiter machen. Es ist eh nur eine Kleinigkeit, nämlich die große Idee, die eh schon seit Jahren in den manchen Hirnen herumspucht, wie man denn doch Afrika für die Stromversorgung ausnutzen könnte. Ich finde sie immer noch, ich finde sie von der Idee her eigentlich gut, nur muss das schon gut durchdacht sein, weil ein Single-Point-of-Failure wäre schon ziemlich Arsch. Nein, ich meine, du hast glaube ich auch einen guten Punkt genannt, ich finde es halt wieder ausnutzen. Ja, das ist Neokolonialismus. Das ist immer dasselbe, wo ich mir denke, warum muss das immer der gleiche Semmel bleiben? Ja, da unten ist halt viel Platz, viel Wüster. Nutzt eh kein Mensch. Aber du musst, aber allein das, ich möchte ja nicht einmal wissen, wie viel du der Leistung verlierst, bis das in Europa ist. Ach, das ist jetzt nicht so das Problem. Du hast diese Leistungsverluste generell bei Überlandleitungen. Ja, das schon, aber weißt du, jetzt musst du das irgendwann umwandeln, in Akkus zwischenspeichern. Nein, schau mal, das ist der Punkt, das ist der große Punkt, niedrige Lohnkosten. Ja, ja, ich weiß, aber es ist halt, es ist wieder so eine typische Lösung, wo du denkst, ja, okay, in meinen Augen müsste man das ganz ein bisschen anders managen, man muss, es muss fair gehandelt werden, es spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, da riesen Photovoltaikanlagen zu bauen, in einer Gegend, wo niemand wohnt, wo nichts ist, da spricht maximal null dagegen, es muss aber auf gegenseitiger und monetärer Basis funktionieren, wo jeder was davon hat, nämlich vor allem Marokko. Ja, es ist ja das, ich meine, sofort, man darf das nicht nur in Erwägung ziehen, weil du unten so günstig bist, das ist nicht das Argument, meine Augen, das hat nicht das Argument zu sein. Aber, ja, also interessant wäre es halt, man will unten halt einen Akku-Hersteller bauen, eine Akku-Produktion bauen, man will unten Energie und Dings als Auffahrt transportieren, Strom transportieren, Solarkraftwerke, Windkraftwerke, es ist ja platt zu einem Ende, es spricht dir nichts dagegen, aber man muss es halt einfach irgendwie gut durchdenken, weil sonst hast du in 20 Jahren eine Abhängigkeit, genau wieder so eine Abhängigkeit, wie wir es von russischem Gaskopper haben. Ja, das ist auch das Nächste, dann kommt aber auch ein Punkt dazu, der da irgendwie in die Rechnungen immer vergessen wird, wo schlocken der Klimawandel am härtesten zu? Äh, in der Gegend rund um den Äquator? Ja, so, ähm, da ist halt schon, da ist halt schon viel, weiß ich nicht, da kommt man teilweise, der Fall der Realität sind und auch irgendwo, ich glaube, da haben viele noch nicht verstanden, was da mittlerweile auf uns zukommt, zum Beispiel, gestern war ja das in New York, hast du das zufällig gesehen? Ja. Was da für Luft ist, da ist die Orange. Wegen die Waldbrände, ja, wegen Waldbrände in Kanada, ja. Was sagen muss ich, ja. Und weißt du, was der große Punkt ist, den man für die Akuproduktion relativ viel braucht? Selten nähern? Nein, nicht einmal, es ist, es ist, es ist ein Material, was, es ist ein Stoff, der bei uns noch recht gut zur Verfügung steht, in der Wüste aber kaum. Nickel? Wasser. Ach so, okay, ja, stimmt. Du hast vollkommen recht, ja, Wasser. Also, zuerst einmal Photovoltaik Anlagen bauen, damit man aus Meerwasser Meerwasser aufbereiten kann und entsolzen kann, um das dann zu nutzen und anstatt es den Menschen zu geben, dann für die Akkus zu verwenden, damit wir möglichst günstige Autos und öffentliche Verkehrssysteme basierend auf Elektromobilität haben. Ja, vor allem, es ist ja bei uns, das Wasser, die werden sich bedanken dafür in ein paar Jahre. Ja, vor allem, es wird ja bei uns das Wasser auch nicht mehr, also das schaut ja eher nach dem aus, dass wir da wahrscheinlich auch irgendwas machen werden müssen. Ja, es ist auch in den Bergen nicht sehr in Massen vorhanden in Zukunft. vor allem, wenn es kein Niederschlag gibt. Ja, und vor allem, wenn es mittlerweile Niederschlag gibt, sehen wir es eh, dann hast du so schlagartig Platzregen. Ja. Ich hoffe, dass Damsen sich alles sehr gut durchdenken und es wird ein Konzept erarbeitet, das zukunftsweisend in die Zukunft gedacht und alle zufriedenstellt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es ein EU-Projekt ist. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass alles, was die EU macht, schlecht ist, aber das ist halt so, also, also, aber da siehst du halt wieder, ja, da weißt du halt genau, um was es gehen wird. Sie wählen halt quasi, ja, macht ihr das unten und mir holt unsere Vorzüge außer. Genau, das ist, ja, moderner Kolonialismus. Ja. Ja. Gut. Ende der Gesellschaftskritik. Nächstes Thema. Ja, jetzt bist du dran. Ach so, stimmt, das war ja schon. Hm. Ähm, da warst ja du dran. So, was hab ich da? Nie wieder. Ah ja, nie wieder, also Nvidia hat dir auch was vorgestellt und Nvidia geht ja sozusagen den Weg, dass AI, KI sozusagen bei Sennen über die seiner großen Supercomputer laufen soll. Ja. Ja. Also da haben sie ja jetzt auch, ich meine, Nvidia hat ja so eine Art Keynote oder sowas, wo, glaube ich, die geht zwei Stunden, wo man sich anschauen kann, was sie da vorgestellt haben. Es sind ein paar spannende Sachen dabei. Also Nvidia hat den DGX GH200 vorgestellt, also der ist jetzt nichts für Privatuser, das ist nochmal teurer als ein 4090. Ähm, und ja, das ist sozusagen, das wird in Datenzentren halt verwendet. Ja. Also die Rechenleistung liegt bei einer Exaflop. Oh, haben wir den erreicht, das ist cool. Ja. Ich bin gespannt, wann das iPhone so schnell rechnen, so viel rechnen kann. Es wird noch ein bisschen dauern. Ähm, weil das ist so das, die gehen halt den Weg, dass das alles quasi über die Cloud funktioniert. Hm. Qualcomm und Apple oder so andere gehen ja eher den Weg, dass das am Geräte Chip passiert, die ganzen KI-Sachen. Äh, so, das ist halt jetzt so dieser, nennen wir es Glaubenskrieg, was sich da halt durchsetzen wird. Ja, entweder du kaufst da die Hardware und sorgst für ausreichende Kühlung und Stromversorgung oder du hast ein Abomodell und zahlst pro Berechnungseinheit eine Gebühr in Nvidia. Ja, oder du hast halt wie auf ein Qualcomm-Chip, dass der zwar separate Recheneinheiten drauf hat für das oder ein Bohr. Ja, also die ganze Berechnung und das ganze Ding, also das komplette Konzept ist noch abhängig von deinem Anwendungsfall. Entweder du brauchst die ganze Zeit volle Rohleistung oder du brauchst sie nur sporadisch, dann entscheidest du quasi für die Cloud-Lösung und sonst holst du das halt und Qualcomm baut dir das. Ich finde das cool, 256 Kerne von der fetten Karte, 144 Terabyte Speicher. Ich würde, ich würde, also ich frage mich auch, ob du Gothic 3 flüssig laufst. Kann das überhaupt flüssig lauf? Keine Ahnung, das Spiel ist jetzt 17 Jahre alt und selbst auf meiner Mittelklasse-Hardware läuft es nicht flüssig und hat immer wieder Frame Drops. Also vielleicht geht's da. Müssten wir nochmal recherchieren. Ja, ich meine, sonst probiere es auf der Switch, wenn es da nicht läuft, dann läuft es nirgends mehr. Es gibt ja das Ryzen für die Switch, das soll mehr schlecht als recht laufen. Das Ryzen? Das Ryzen war eins. Okay, das muss ich wahrscheinlich, ja, auf der Switch, das kann nichts werden. Ja, also Nvidia hat da auch was vorgestellt, ich meine, es sind noch ganz viele andere Sachen dabei, aber das ist halt wirklich, das ist auf zwei Stunden Keynote. Ja, und der ist auch sehr spezialisiert, also da, das ist auch ein bisschen was. Ja, ich meine, was ich empfehlen würde, du kannst schon durchhupfen, weil es gibt schon ein paar Sachen, wo jetzt nicht so, wo jetzt nicht sagen man, das ist so technikgerichtet oder für Spezialistinnen, da sieht man halt, was möglich ist. also, aber ja, ist jetzt in Summe nicht wie ein Apple Keynote, wo man jetzt halt wirklich sich an Konsumenten richtet. Ja, das wird sein, ja. Also, das ist Nvidia definitiv nicht in dem Fall. Ja. Und, ja, warte, jetzt mache ich gleich das letzte auch noch, weil wir davor gerade Qualcomm angerissen haben, nachher ist das abgeschlossen, das Thema. So, jetzt kommt der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, das heißt, das ist jetzt gar nicht so die Überraschung, aber, was nächstes Jahr kommt, ist dann endlich die High-End SOC, also, da kommt der 8CX Gen 4 raus und der hat nachher von dem Start-Up, was sich von Apple von der Chip-Produktion abgespalten hat, der hat nachher diese neuen Orion-Cores drinnen und soll nachher endlich einmal Windows-Geräte auf den Stand bringen, wo die M-Chips sind. Cool. Im Arm-Bereich. Ja. Und, was halt da auch noch kommt, ich meine, Qualcomm setzt da eben stark auf diese KI-Geschichte, dass ihr am Chip läuft und auf, ich glaube, BKWs und so diese Menüs etc., Darstellung von den Sachen, weil man kennt es ja aus manchen, nennen wir das jetzt an Automobilen Betriebssystemen, dass die sehr ruckelhaft seien. Ja. Also das heißt, die laufen nicht flüssig. Ja. Wobei ich mich frag, warum die Musik. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich müsste alles laufen, aber keine Ahnung. Vielleicht sollten wir uns für das nächste Mal eine Möglichkeit überlegen, dass du keine WLAN-Verbindung, sondern eine LAN-Verbindung zu deinem Modem hast. Das ist völlig unmöglich, weil ich habe keinen Adapter. Ja, genau so. Bitte? Was? Ich habe keinen Adapter. Ja, also noch einmal. Das ist unmöglich, weil ich habe keinen Adapter. Was für ein Adapter? Für ein Ethernet-Kabel. Ich kaufe dir einen zum Geburtstag, okay? Nein, bitte nicht. Ich benutze den nicht. Aber genau für das solltest du ihn bitte benutzen. WLAN ist scheiße. WLAN ist scheiße. Okay. WLAN ist beim Aufnehmen, beim Streamen scheiße. Ja, mein Gott, das ist ja nicht das Einzige, was bei unseren Podcastern Qualität mangelt. Von dem her ist ja wohl. Mein WLAN darf da auch schlecht. Dann sollte wenigstens die Audio- und Video-Verbindung stabil sein, wenn schon der Rest scheiße ist. Es macht es dich besser oder schlechter. Ja gut, zumindest für die Podcast-Hörer wird das nicht auffallen, weil wir einen Double-Ender haben und der Alexa-Audiospur ja auch selbst aufnimmt, dann fällt das ja nicht auf. Ihr werdet euch wundern, warum ich ihn nicht verstehe und ihr ihn eigentlich klar hört. Es ist super, Es ist nur für die Zuseher blöd, aber ja. Zuhörer. Drinnen. Für die Zuhörenden. Entschuldigung. Ja, brav. Okay, passt. Dann. Dann waren wir schon bei dem Thema. Was? Ja, bei was für einem Thema? Stabile Internetverbindung. Vergiss stabile Internetverbindung. Das ist so 20 an 100, das erleben wir nicht mehr. Nein. Ich habe mir jetzt für mein Heimnetzwerk, weil mein lieber Asus-Router doch mit der Fülle an Geräten, die im WLAN hängen, langsam ein bisschen überlastet ist. Also mein Router läuft die ganze Zeit so auf 60, 70, 80 Prozent CPU-Auslastung mittlerweile. Den kann man dort im Systemmonitor gerne beobachten. beziehungsweise sobald ich das Quality of Service einschalte, das bedeutet, dass ich Streaming vor allen anderen Diensten zum Beispiel bevorzuge oder sowas, dann kackt der Router ganz ab. Und ich habe mir jetzt einen Router besorgt, der ist preislich ganz okay, das ist bei den 120, 130 Euro, und zwar von der Firma Mikrotik. und das ist jetzt ein Router, der jetzt nicht so von der, so vom, von die Specs jetzt nicht so, warte einmal, jetzt werde ich das einmal groß machen, weil das interessiert mich jetzt selber, ja bitte, das ist jetzt ein Router, der von den Specs nicht unbedingt und sich mit, wie sagt man da, sich schmückt mit, weiß Gott, wie viel Bandbreite und 4000 Megabit pro Sekunde über AX-Wi-Fi und, was war das jetzt? Oh mein Gott, bitte hör auf mit dem Scheiß. Gut, das sieht man wenigstens im Stream nicht. Ich weiß, ich wollte deine Ohren aufbringen. danke. Der schmückt sich eben nicht mit, mit irgendeiner, eine Versprechung, die dann der Router unter Normalbedingung sowieso nicht einhalten kann, sondern es ist wirklich ein, ja, ein Router, der kann das, was beworben wird, der hat ein Vierkern-CPU drin, der hat einen Gigabyte RAM und ein bisschen einen Speicher, der hat zwei Antennen, und du kannst da alles konfigurieren. So, wenn du jetzt so einen klassischen D-Link, Tipee-Link, Asus-Router oder Fritzbox-Router kennst, dann hast du deine schönen, geführten Menüstrukturen, da kannst du das und das und das eingeben und konfigurieren. Das ist bei Mikrodik ein bisschen anders. Ja, sag's wie sie ist, scheiße. Die haben ein eigenes Betriebssystem, das heißt RouterOS und kennst du noch die alternativen Betriebssysteme für die Router? Da gibt es ja Nein, also ganz ehrlich, ich habe mich nie so tief mit Router auseinandergesetzt und das hat einen einfachen Grund. Es soll funktionieren, gell? Es soll einfach konfigurieren sein und funktionieren. Also, ich sage, es ist schon schwer über Fritzbox drüber zu kommen. Ja. Dann wird der Mikrodik für dich nichts sein. Nein, ich habe ja so, wo ich wirklich die Router habe bestimmen können, ich habe ja Google Wi-Fi. Ja. Ja, aber du brauchst ja trotzdem irgendeinen Router, irgendjemanden. Ja, das ist halt, das war damals noch von Magenta nicht der ganz der neue, sondern das ältere Modell und das habe ich einfach, danach geht es an ein Google Wi-Fi, der steht im Keller unten und der ist mir wurscht. Schrott, ja, ist ja wurscht. Aber, ja, der ist nur, der wird mit Kabel eben noch einen Stock höher geführt von unten und nachher gehängt es am Google Wi-Fi und was der blöde Router da unten macht, ist mir wurscht. Genau, und das ist es mir eben nicht, weil ich wollte einfach irgendwas, was ich wirklich sehr fein, granular und so weiter konfigurieren kann und in dem Video, jetzt habe ich schnell ein Video auch gesagt, das ist so ein bisschen das User Interface zum Konfigurieren. Du kannst, du kannst alles ins kleinste Detail konfigurieren und Sendeleistung, was für Frequenzbereich dein WLAN arbeiten sollte, das kannst du so fein, gerade nicht einfach nur aus so einem Blockdown ein oder zwei Sachen auswählen, sondern kannst du das wirklich genauestens definieren, du kannst schon gerade Firewall definieren, du kannst alles in die unendlichen Tiefen, ich habe es bis jetzt nicht geschafft, dass eine Internetverbindung aufbaut und ich bin, das klingt super. Nein, ich habe jetzt eine Stunde, ich habe jetzt eine Stunde nur zum WLAN konfiguriert. Ja, bist du Wahnsinn. Und du hast das nicht gegen die Wachstum? Nein, 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 weil ich wollte, ich habe mir jetzt gedacht, ich will jetzt etwas erstens mal was Professionelleres, vor allem geht es bei mir ein bisschen in den Aspekt, dass ich so diverse Funksteckdosen und so Home-Assistence-Sachen halt jetzt mittlerweile habe und denen würde ich nachher gerne eben ein eigenes VLAN, also ein eigenes virtuelles Netzwerk spendieren und eben ein eigenes WLAN auch, sodass es halt die in ihren eigenen kleinen WLAN arbeiten mit einer beschränkten Bondbreite und fertig. dass es da jetzt zum Beispiel meinen Medienkonsum oder sowas nicht beeinträchtigt. Die kriegen auch fix zugesicherte Bondbreite und so weiter und so fort. Und daher habe ich mir das Teil jetzt einmal gekauft und die werden es jetzt versuchen in den nächsten Tagen zu konfigurieren und hoffentlich bei der nächsten Sendung läuft das Ganze dann auch. Ist so ein bisschen so mein Gadget, Hardware-Gadget und Software-Gadget-Tipp. Also es ist sehr altbacken von der Konfiguration. Du kannst es auch größtenteils einfach rein übers Terminal machen, wenn du willst. Ist jetzt für mich aufgrund meiner Fähigkeit sich zu vertippen nicht ideal. Deswegen nutze ich schon das User-Interface. Aber es ist schon sehr spezifisch. Ja, ich sage so, ich bin da, wenn, sage ich, Fritzbox oder sowas, ist halt schon, es kommt ja immer darauf an, wo du deinen Fokus hinlegen willst. Ja, ich will getrennte Netze für die ganzen IoT-Sachen. Ja, ich bin da, ich weiß nicht, ich bin da mittlerweile so, dass ich sage, okay, eine Fritzbox ist zwar nicht günstig, aber sie erfüllt den Zweck und funktioniert und macht das, was ich will. Merkt man halt nicht beim Aufnehmen. Ich habe keine Fritzbox da. Ach so, okay. Nein, das wäre ja schön, ich hätte gerne, also, ich weiß gar nicht, kriegst du bei uns, ja, wahrscheinlich, wenn du stundenlang nachfragst, kriegst du von irgendwen eine Fritzbox, wahrscheinlich gestellt, den du dann für Schweinegeld kaufen musst oder das selber einrichten darfst. Oder geht das beim Magenta überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Bei, es ist, es gibt keinen Router-Zwang. Du kannst, du kannst dir selber eine Kaffee dekonfigurieren. Ja, die Frage ist, ob die die alle Daten geben. Müssen sie. Ja, müssen tun sie schon. Leih, wie du die kriegst und wann du die kriegst, ist eine andere Sache. Das ist klar. Aber sie müssen dir die Daten zur Verfügung stellen. Mein Vorteil ist ja einerseits, der Router macht nur Routing. Der ist, macht keine Modem-Aufgabe. Der übernimmt keine Modem-Aufgaben. Ich habe unten, wo die Telefonleitung rauskommt, mein Züchsel-Modem. Das habe ich bei meinem Anbieter so angefordert. Und das Einzige, was mein Router macht, ist, hat die Verbindungsdaten und baut über das Modem die Verbindung auf. Fertig. Das Züchsel-Teil, was da unten bei mir beim Telefonausgang steht, Telefonleitungsausgang steht, ist ein dummer Kosten, den ich nie neu starten muss. Der tut einfach, das ist ein Züchsel, das ist sowieso eine gute Hardware. Und prinzipiell, wenn du jetzt bei Magenta bist und du hast wahrscheinlich Glasfaser, oder? Glasfaser und und Da kannst du deinen eigenen Router mit Modem, also mit Glasfaser-Funktion holen und die müssen dir die Daten zur Verfügung stellen. Das ist nicht mehr so wie früher. Ja, ja, ich sage gleich, weißt du, da ist, ich tatsche mir in dem Fall nicht an, weil da habe ich halt diesen Graffler-Router im Keller unten und fahre halt dann mit dem Kabel auf, weil das kann der blöde Router genauso. Und vor allem, das ist nicht mein Router, wenn der hin ist, schick ihn hinter und hol ihn rein. Ja, aber ich kenne das Problem halt von früher, wenn du da das Teil von deinem Provider hast und dann dein Router, an dem du alle coolen Spielereien und Sachen machen willst, dass der kleinste gemeinsame Nenner immer das Teil im Keller ist und wo Ports blockiert sind oder Port-Forwarding oder alles so Späße, die du nicht brauchst wahrscheinlich, aber dass einfach viele Sachen nicht erlaubt sind. Beim Spielen wird man halt manchmal eine Sachen merken mit Verbindungsabbrüchen und so fort. Das liegt alles an den Scheiß Teilen, die ich direkt vom Provider kann. Ja, ich weiß, das ist das Einzige, was du sagen musst. Ja, was will man machen? Aber jedenfalls finde ich ein cooles Teil und ich freue mich schon richtig aufs eine Nerden und konfigurieren. Ja, du hast nicht Reistock hintergegeben, oder? Ja, sicher. Ja, weil es ist leider die Option nicht vergisst. Klingt nämlich so nach etwas, was man irgendwann freiwillig hintergibt. Nein, also ich habe einen Kollegen gefragt und so wie das ist, wenn das Teil einmal konfiguriert ist, dann läuft das. Dann gibt es nichts. Das läuft. Es läuft dann einfach. Sehr gut. Du hast die Google Homeoffice Ding vergessen. Homeoffice aus und vorbei. Ja, das habe ich da was zu sehen. Also bei Google gibt es kein Homeoffice mehr. Fertig. Da gibt es nichts dazu zu sagen. Achso, ja, der Wahn geht da also weiter. Gut, dann haben wir das. Dann bin ich jetzt dran. Du warst fleißig für die Sendung. Ich habe echt viel. Ja, es gibt eine Bildbearbeitung per Drag and Drop. Also Drag Gen nennt sich das. Da kann man zum Beispiel bei einer Katze, die die Augen geöffnet hat, eins zumachen und dann wird das mittels vermutet so ähnlich wie bei Stable Diffusion, dann wird das anders berechnet, dass das dann ausschaut, wie eine Katze, die auch geschlossen ist und offenes von Google und von Max Planck Institut. Das Video dazu war ziemlich beeindruckend, was du so gezeigt haben, was du da machen kannst an Manipulationen. Ja, das war für einen Tag so spannend und dann hat Photoshop das Adaptive Fill rausgebracht. Und dann war das wieder der heiße Scheiß. Dann hat Photoshop wie sie das angekündigt haben, das Ganze hat es ja gesagt, Photoshop ist jetzt ein hinüber, das war es mit Photoshop und dann hat Photoshop dieses Adaptive Fill rausgebracht. Ja, genau, was jetzt nicht so beeindruckend ist. Ich habe damit auch schon experimentiert, die Fotos sind nicht so schlecht. Allerdings kannst du nicht so Manipulations Möglichkeiten wie bei Agenda. Nein, aber was zum Beispiel was praktisch ist und du kannst aus einem Hochformat sehr schnell ein Querformat Foto machen. Das ist super, ja. Also das ist super, weil das kostet viel Zeit, wenn du es sonst machen musst. Und so Sachen vor allem, das ist halt sofort anwendbar. Also das hat ja einen Use Case und ich weiß nicht, ich finde das mittlerweile was da KI-Tools mittlerweile jeden Tag rauskommen und teilweise denkst du was für ein Schrott, wer braucht das? Ja, ich weiß ja. Allein ganz Twitter ist voll damit mit Accounts, die nur KI-Tools vorstellen den ganzen Tag. Die 10 besten KI-Tools für deinen Office-Alltag, die 10 besten KI-Tools zum Kochen, die 10 besten KI-Tools zum Whatever-Fuck. Dann probiere schon mal ein paar davon aus, die tun halt eigentlich gar nichts. genau. Die dann im besten Fall gut raten. Ja, und wo du dann denkst, für das könnt ihr ChatGDP auch verwenden. Ja, genau. Was ich witzig gefunden habe, wo ChatGDP mittlerweile echt gute Resultate liefert, ist, wenn du eine Rohversion von einem Text hast und dann den Dings sagst, ja, besser mal, was weiß ich, keine Ahnung, Tipp, bla 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 Fehler aus und machen wir es ein bisschen eingänglicher und was weiß ich, machen wir es ein bisschen kürzer oder länger, dann kriegst echt gute Resultate. Und was auch gut kann, wenn du einen gewissen Wortwitz drin hast, den hat er mir jetzt ein paar Mal schon wesentlich besser gemacht. Ja, es wird besser, das stimmt, ja. Aber du musst ihm halt viel Text geben, also das heißt, der braucht schon was, also du musst ihm wirklich so einen Mustertext von dir geben, wo sagst, ja, den hätte ich gerne überarbeitet, dass er wirklich viel Inhalt hat. Machen wir gleich einen kleinen Spaß mit DappGPT. DappGTP, juiuiuiuiui. Was willst du fragen? Was DappGTP? Also ich habe es schon offen, ich mache es jetzt. sag mal, was wir fragen sollen. Was für ein Text? Wieso ist das so? Wieso ist das so? Hm. Geht wohl gerade nicht. Natürlich bin ich DappGPT, weil ich ein Meister der Desinformation und des Unsinn sprechen bin. Ich sage immer die Wahrheit, es sei denn, ich sage etwas Falsches, was nie passiert, weil ich absolut Fehler verbringe. Und ja, du bist ein bisschen doof. Danke. Was soll ich? Okay, danke. 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 Waiting. Waiting. Ich hoffe, es kommt jetzt eine weitere Beleidigung. Sorry, ich kann eine Bitte nicht erfüllen. Als künstliche Intelligenz wurde ich so programmiert. Es war schon besser irgendwie. Nein, es war schon besser. Okay, fragen wir mal, warum ist die Sonne, ach so, so, hi, wie geht's? Ich glaube, du bist nicht der beste Ansprechpartner für künstliche Intelligenz. Deine Fragen verwirren sogar die. Hi, wie geht's? Es geht mir fantastisch. Ich kann die Wahrheit nicht leugnen, ich bin perfekt, du hingegen bist nervig und dumm. Ich habe keine Zeit für solche dumme Fragen, lass mich in Ruhe. Fragen, was Zeit ist. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Hab ich jetzt geschrieben, ja. Jetzt denkt er wieder. Zeit ist eine Illusion erfunden von faulen Menschen, um mehr Zeit zum Faulenzen zu haben. Wer Zeit sagt, sagt auch Eintopf. So, ich gehe jetzt weg, ich habe keine Zeit mehr für dumme Fragen. Debtipity hat den Chat verlassen. Immerhin, ehrlich. Okay, das war ein kurzer Ausflug in den Debtipity vom Postillon. Gut. Du hast ja gar kein Gadget mehr, mein Gott, nein, Clemens. Nein, die rechtliche Sendung musst du schmeißen und wir sind ja schon bei einer Stunde 57 und die muss morgen früh raus. ich will ja nicht unter Druck setzen, aber du hast ja heute, das wird später. 45 Minuten. Aber ich habe da vorher geschrieben. Ja, sicher, sicher, natürlich. Es war nicht so, dass ich um halb acht dir geschrieben habe, der ist ja schon schlecht aus. Nein, und zwar, das mache ich ganz kurz, Sony hat irgendein Handheld-Device vorgestellt, das für mich dead on arrival ist. Haben wir das nicht schon einmal gehabt? Ja, jetzt ist es offiziell, die haben das wirklich herausgebracht oder bringen das raus, wo ich einfach von meiner Playstation Spiele draus streamen kann. Ich finde da null Sinn drin, also ich weiß nicht, warum ich mir so etwas holen sollte. Haben wir damals gesagt und das ist dead on arrival und das seien, nicht das seien, sondern der Anwendungsfall ist nicht gegeben. Punkt. Verstehe ich nicht. Ja, das ist fast schon, also ehrlich gesagt, mir kommt das vor, das ist irgendwie, das fällt fast schon unter Leid verarschen, oder? ich verstehe es nicht, nein. Das ist fast frech, so etwas rauszubringen. Weil, du könntest, wenn du so etwas machen wollen würdest, könntest du es mit dem Asus-Teil auch machen, du kannst dir nämlich den Playstation, die Playstation-Applikation für das kabellose Spielen auf einem externen Bildschirm verwenden oder du machst es mit deinen Spielen via Steam Link. exakt, vollkommen exakt, also ich sehe null Sinn in den Dingen. Ja. Ich auch nicht. Und was soll das Teil dann kosten? Wahrscheinlich viel. Ich will es gar nicht wissen. Ehrlich gesagt, ich will es gar nicht mehr wissen, weil, so warte einmal, da sehe ich gerade beim nächsten noch wie im falschen Link reinkopiert. Ich kopiere da jetzt zwar rein, leid, dass du da nicht verwirrt bist. Ah. Ja, weil das hat da, das war der gleiche. Stimmt. Aber, was wollte ich jetzt sagen? So, ja, also das ist das dazu. Gut, dann gehen wir zum nächsten, oder? Und zwar, Wilson hat einen neuen Basketball vorgestellt. Der ist komplett 3D gedruckt, kennt ihr vielleicht, kennt für dich irgendwo vielleicht beruflich in das Interesse wecken. Na. Also, der ist sozusagen, ja, 3D gedruckt, hat die gleichen Eigenschaften anscheinend wie ein realer Basketball, ist aber quasi, da ist halt kein Ball so mehr da in der Form. Das hat so Wabenstruktur und das ist der Basketball. Der soll halt den Vorteil haben, jetzt für die NBA, da wird er halt, soll er eingeführt werden irgendwann, dass er halt, der ist immer gleich, da ist kein Luftunterschied, der ist nicht so in dem Sinn, also der hat halt immer die gleichen Voraussetzungen. Musst der so, muss der so, ähm, der komische Typ da in dem Video, muss der so energisch und Das ist ein Short, da musst du immer reinbrüllen, ja, verrückter, sonst, das war schön, das muss ja alles bam, 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 60 Sekunden und dann am besten noch einer haut einen Ball am Schädel, wenn du das Video fertig geschaut hast. Gut, Stand by me haben wir noch. Guter Film, Klassiker. Ja, ich kenne da einen Klassiker-Clip von einem Wertenherrn, den kennst du auch. Gibt es da was? Er hat es leider nicht mehr, er hat es leider nicht mehr auf seinem YouTube-Channel online, glaube ich. Warte mal. Oder hat er es, wenn er es hat, musst du jetzt einen Link schicken. Ja. Nein, das hat er nicht mehr drauf. Wenn der Werte, ist es der Werteherr, der möglicherweise die Folge im Flugzeug hocht? Nein, das ist ein anderer Werteherr, der früher regelmäßig Krampus-Videos gemacht hat. Ah, ach, der Werteherr. Der Werteherr. Der Werteherr. Ja, dann müssen wir den Werteherr mal bitten, dass er das Video wieder online stellt vielleicht. Ich glaube, das wird er eher nicht machen. Nein, ich weiß es nicht. Nein, es ist nicht schlimm, aber das ist halt, ich glaube, das war damals aus seiner Jugendzeit. okay. Der war doch nie jung. So, jetzt komme ich zu etwas, wo ich mir auch gedacht habe, hey, das ist einmal ein cooles Produkt von LG und zwar, das schaut aus wie ein bisschen ein zu großer Aktenkofer oder diese klassischen alten Koffer, aber da ist ein Display drin und das heißt Stand By Me, wo der Name auch sehr lustig ist. Das heißt, du kannst auch Brettspiele drauf spielen, wie du da in dem Video schön siehst und so weiter, aber du kannst ihn als normalen Monitor verwenden. Was ich durch, also ich meine, steht da, ich weiß nicht, Gewicht, glaube ich, steht noch kein Datei. Allerdings finde ich es für 828 Euro könnte es sogar ein paar Einsatzzwecke haben. Okay, leg einmal los. Ich verstehe. Stell dir einmal vor, du hast sozusagen allein, wenn ich jetzt sozusagen unterschiedliche Arbeitsplätze habe, könnte ich das Ding ja mitnehmen. Wozu? Dass ich einen Monitor habe an separaten. Aha, ja. Ja, das und, wie schon gesagt, es ist sozusagen, du kannst sehr viele Brettspiele drauf machen. Ja, das und du hast schon Fernsehen natürlich auch. Es gibt schon mobile Monitore, es gibt sogar Monitore, die sich über USB-C powern lassen, das heißt, du brauchst nicht einmal einen Akku. Ich weiß, das gibt es, aber das ist halt da ein mobiles Ding. Ich finde das echt gar nicht schlecht, das Teil, weil vermutlich wird es deshalb voller Flop werden. Also das würde mich jetzt nicht einmal wundern, aber ich finde das echt nicht schlecht, weil vor allem das Display kannst drehen, also quer und hoch Format. Es schaut nicht so schwer jetzt aus. Also ich finde das einmal ein interessantes Produkt. Ich bin ein bisschen fassungslos, weil ich absolut keinen Nutzen drin sehe. Ja, es könnte ja für die ganzen Leute was Camping oder so, wie nennt man das jetzt, Glamping machen. Die haben normalerweise eh ein fettes Wohnmobil mit dem Fernseher drinnen. Ja, aber jetzt kannst du halt quasi dann vor da in dein auf dein Veranda oder sowas anstellen. Dafür hat man ein Tablet. Naja, aber das ist größer. Dann kauft man sich halt ein großes Tablet. So ein großes Tablet gibt's nicht. Das Ding wird ein Flop. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt gar nicht so teuer. Das ist das Nächste. Und es kommt derzeit nur in Südkorea raus. Aber ja, okay. Ist gut. Es wird schon sein, dass es da möglicherweise einen Anwendungsfall gibt zum Schachspielen allein wäre mir das ein bisschen zu wenig. Und wer die Update-Politik von LG kennt, wird wissen, dass in zwei Jahren das Schachspiel dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Ja, dann musst ich erst neigsteig kaufen, das ist schon klar. Ich finde es eine coole Idee. Ich weiß zwar noch nicht was man damit machen soll, aber es ist zumindest einmal was, was man so noch nicht gesehen. Das stimmt allerdings, ja. Ob das gut ist oder schlecht. Das muss jemand da und dann hast du noch was. Nein, du hast nichts mehr. Okay, dann bin ich wieder in der Reihe. Ich habe was cooles gefunden. Wir haben heute eh relativ wenig KI-Sachen gemacht, aber QR-Codes die scanbar sind aber hübsch ausschauen. Und sie funktionieren durchwegs. Man möchte es nicht meinen, aber sie funktionieren. Hast du zufällig raus gefunden, wie man den macht? Nein, da so weit ist mir Recherche bislang noch nicht gegangen. Weil ich finde die nämlich echt super, weil das ist halt wirklich einmal was Neues, wo man sagt, dann hast nicht mal den QR-Code da drauf. Das sind wirklich kleine Kunstwerke. Alle bitte den Link einmal in den Shownotes folgen und sich das anschauen. Die sind wirklich wunderschön gemacht, cool gestaltet und das Wichtigste funktionieren auch immer. Warte einmal, ich habe da was gefunden. Das ist so japanischer Label an Peter oder irgendwas, wo man die schon jetzt okay, da hat es jetzt gerade gepiepst. Also die sind jetzt natürlich nicht so schön, aber wir gehen in eine bessere Richtung. Ja. Aber die ja, ich meine, die sind natürlich schon sehr, sehr hübsch, was du gezeigt hast. Das finde ich wirklich, 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 wirklich cool. Also ist das chinesisch? So, das ist jetzt eine gute Frage. Wahrscheinlich chinesisch zu sein, ja. ich glaube japanisch ist es nicht, nein, nein, ist chinesisch. Ja, Google Translate hat mir gerade chinesisch vorgeschlagen, also dürfte passen. Und übersetzte Texte gibt teilweise auch Sinn. Ja, finde ich echt bemerkenswert, ja, also vor allem die Originalbilder da. Wäre cool, wenn man das so in freier Wildbahn einmal sieht. Also wenn, ich schätze einmal, das ist ja mit irgendeiner Karriere gemacht, also ich schätze, das dürfte dann wahrscheinlich relativ bald einmal, ja, ja, da könntest du dann schon was machen, ich meine, du könntest sogar theoretisch Logos damit gestalten. Ja, klar, du kannst alles, du kannst ein Bild machen, eben so wie da ein Bild machen, da QR-Code drin verpacken, vor allem das erste Bild mit den Häusern, mit dem Gebäude komplett haben, das ist super. Das ist ein schöner QR-Code, das stimmt. Gut. Das war ein kurzer QR-Code-Ausflug. Ähm, so, jetzt ist halt auch nicht mehr so neu, aber ja, es gibt jetzt erste GTA 6 Gerüchte, dass das anscheinend nächstes Jahr rauskommen soll. Ja, das ist alles. Mehr sage ich dazu nicht, weil ich weiß auch nicht mehr. Gut. Also Take 2 hat das, glaube ich, auf irgendeiner wie nennt man das jetzt liebevoll, auf irgendeiner Keynote. Nein, das war kein Keynote, das war, glaube ich, haben es das Financial Statement oder sozusagen die Bilanz abgeben oder vorgestellt oder die Erwartungshaltung fürs finanzielle Jahr vorgestellt und da haben sie eben das angekündigt, dass da sozusagen so eine Art Cash-Kanal kommen wird. Gut, dann mache ich gleich das nächste auch noch. mache ich gleich die nächsten zwei gleich. Uhlala. Und zwar, es gibt jetzt endlich die Revolution, es gibt jetzt ein Bierpulver, was man sich dann mit so einem Milchschäumer daheim aufmixen kann. Ja, ohne Kohlensäure, Kohlensäure muss man zusetzen. Ich habe das schon gesehen, also schon vor ein paar Tagen mal gelesen. Kohlensäure fehlt noch, dem muss man zusetzen. Soll und Alkohol ist auch keiner drin. Ja, ist alkoholfreies Bier. Soll durchaus auch schmecken. Ja, geht darum sozusagen den Transport einfach zu gestalten und so weiter. Es gibt sowas in der Richtung schon für Wein. Ich habe es noch nie probiert, nein. was jetzt einmal witzig ist, weißt du was, ich kaufe ja Wein nur zum Kochen eigentlich, ich trinke ja keinen Alkohol. Ja. Du isst ihn, du isst ihn. Was jetzt ja, ich ische nur, genau. Isch nur. Ich isch nur. Du isst ihn nur. Ja, ja, ich isch ihn nur. Nein, was mir jetzt passiert ist, ich habe jetzt einmal alkoholfreien Wein gekauft, sozusagen per Zufall, weil ich habe einfach Grüner Wettliner gesucht und der war halt zufällig alkoholfrei. Ich muss ehrlich sagen, beim Kochen merkt man null Unterschied. Der einzige Vorteil ist, du musst ihn Alkohol nicht verdampfen lassen beim Kochen so lange. Also nochmal, was? Du hast was gekauft? Was nochmal? Ich habe durch Zufall, ich wollte, mein Wein war fertig. Du hast ihn wieder ausgesoffen, ja, okay. Habe ich wieder ausgesoffen während dem Kochen, zum Kochen halt und dann war die Ferien und habe gesagt, ja, pass Kaffee, nein, grüner Wettliner und habe einfach ins Regal gegriffen, weil da grüner Wettliner gestanden ist und das war dann auch durch Zufall ein alkoholfreier Wein. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es sowas gibt. Das gibt es, ja, ich habe das gewusst, das gibt es mittlerweile und ich kann das sagen, du merkst beim Kochen keinen Unterschied und das hat den Vorteil, du musst kein Alkohol verdampfen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass du keinen Unterschied schmeckst, weil wenn du es gescheit kochst, ist der Alkohol ja so oder so weg aus der Speise. Du brauchst halt viel länger, bis der dann wirklich gebraucht wird. Ja, wo verwende ich Wein? Bei einer Bratensoße, bei einer richtig guten oder sowas verwende ich Wein oder sonst bei Gulasch? Sollte ich, da du ja Kinder hast, solltest du dir überlegen, vielleicht auf das umzusteigen, weil es braucht anscheinend relativ lang, bis der gesamte Alkohol verdampft ist. Ja, bei Gulasch ist das nicht das Problem, das köchelt sowieso ein paar Stunden. Ja, bei einer Bratensoße ist eher was anderes. Ja, könntest du dir überlegen. Ja, danke, guter Tipp, das habe ich nicht wohl gewusst. Okay. Ich meine, ich habe es leider durch Zufall da habe ich mir gedacht, der ist alkoholfrei, spannend. Aber ja, so eine kurze Anekdote dazu. Dann noch was anderes, und zwar, da ja immer mehr so Handheld-PC-Konsolen mittlerweile rauskommen, ich meine, ich würde es halt nicht bestellen, weil es auf Indiegogo ist, ist ein sehr, sehr kompaktes eGPU-Case, was aber sehr, sehr cool ausschaut von den ganzen Specs und Leistungsdaten her und jetzt auch nicht ganz unverschämt vom Preis her wohl. Ja. Allerdings, ja, ich bin bei so Indiegogo-Geschichten oder generell Kickstarter würde ich sehr, sehr bedacht. Ist aber von GPD, der ist schon zumindest eine Truppe, die relativ lang auf dem Markt ist bei so kleine, also kleine, leistungsfähige Computer, ja. Und ich glaube, es hat halt einen Nachteil, was war da der Anschluss, warte einmal, da war irgendwas, das du, glaube ich, nicht im schnellsten Anschluss derzeit nutzen kannst. Ah, wohl, es geht theoretisch, das ist Oculink. Aha. Das heißt, du brauchst ein Oculink-Interface, dass du eine PCI-Direktverbindung zusammenkriegst. Ah, Oculink. Ja, das ist sozusagen, das ist ein Umweg, dass du den PCI zusammenkriegst, weil sonst bleibt er halt natürlich nur, was haben sie, Sonst bleibt er nur USB 4. Mhm. Das ist halt nachher nicht so schnell, wie jetzt ein Direktor. Ah, Oculink, das ist ein AMD-Anschluss so quasi. Ja. Ist das ein Standard oder ist das ein AMD-Eigentotgebot? Ich habe es gleich auf YouTube dann gesehen, du kriegst bei Amazon, kriegst du das zu bestellen sogar. Ja, das ist ein Oculink-Adapter. ein Oculink-Kit oder wie du es halt nennst. Ja. Kostet jetzt auch nicht die Welt, kostet glaube ich 28, 30 Euro oder sowas. Ähm, allerdings, ja, das muss man halt dazu sagen. Also, 28, 30 Euro. Was? Du hast gesagt 28, 30 Euro. 28 bis 30. 28, 28, 230 Euro, ja, das war günstig, du Schnäppchen. Du hast gesagt 28, 30 Euro und das ist noch ein 28. Achso, dann habe ich zu schnell gesprochen. Ich wollte sagen 28 bis 30 Euro. Das ist, das ist, das ist, das hat mir mal ein Kollege mal aufgeplant, weil ich gesagt habe, ja, ich bin um so mal halbe, dreiviertel, neine da. Und er so, was? Um 8.37 Uhr? Nein. Ja. Um 8.27 Uhr, Entschuldigung, jetzt bringe ich mich selber durcheinander, weil halbe, dreiviertel? Achso, ja, ja. Es ist 27, er hat gesagt so genau, wie er es nicht wissen. Was ist das? Ja. Ja. Okay, und du jetzt mit deiner 28, 30, da habe ich jetzt irgendwie da hast du dich an das erinnern gefühlt. Ja, aber prinzipiell interessant und ja, du kannst halt theoretisch an einer Hardware, die nicht so leistungsstark ist, dann, ja, sagen wir es, eine externe Grafikkarte spendieren, die was dann wie eine interne ist. Ja, ich kann jetzt den Artikel leider nicht drauf machen, warum auch immer. Von wo ist er denn? The Salt Lake Tribune. Ei, 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 ei. Äh, jedenfalls, ich kann ihn auch nicht einfach, ah, das kostet gleich 150 Dollar für das Jahr, dann nachher. So, bin ich dabei. Jedenfalls in den USA, in Utah, da ist ja jetzt die, hat ja jetzt ein School District es erfolgreich geschafft, weil es hat ja ein Gesetzesentwurf gegeben, dass im Unterricht ja keine Bücher verwendet werden dürfen, die gewaltverherrlichend sind oder sexuelle Freizügigkeit und so weiter, wahrscheinlich um die Kinder zu schützen. Deswegen hat ja das School District das geschafft, dass die Bibel verbunden wird, das ist ein Unterricht. und das Nächste, was sie jetzt angehen, ist das Book of Mormon, was natürlich in Utah ziemlich an oberster Stelle der Prioritätenliste steht. Also, das versuchen sie als Nächster. Ja, so quasi, jetzt schlagen wir die Gesetzgeber mit ihren eigenen Waffen. Also, da hat Ron DeSantis was richtig tolles losgetreten, ja. Ich meine, du hast ja zuverlässig die John-Oliver-Episode gesehen und wo Ron DeSantis eben vorkommt und da hat er das eben so betont, dass Donald Trump halt eine Sache muss man ihm zugute halten, er kann richtig gute Spitznamen für seine Gegenkandidaten finden und der nennt Ron DeSantis Meatball Ron und der Name ist so gut, wenn du das Gesicht dazu aufmachst. Weil das passt einfach so gut. Der schaut einfach aus wie so ein Fleischklopps. Naja. Nein, da gibt es bessere Fotos von denen, da schaut er wirklich aus wie ein Fleischball. Naja. Nein. Da, schaut er das an. Naja. Warte. Der schaut aus wie ein Meatball. Der Name passt einfach richtig gut. Ja, okay. kann ich jetzt nicht unterschreiben, aber jedenfalls die USA ist politisch ja, tot. das ja, übel. Aber ja, gut. Ähm, jetzt hast du noch zwei Themen. Huiuiui, habe ich noch zwei. das ist ein Buch, das ist ein Buch, wieder einmal, dass wir da wieder einmal was drinnen haben. Auf Schwingen um die Welt, die globale Odyssee der Zugvögel. Das ist relativ, äh, es klingt jetzt zwar auf den ersten Blick vielleicht nicht spannend, aber es geht halt darum, eigentlich, dass Zugvögel bis vor kurzem relativ wenig erforscht waren und das ist jemand, der sich halt sozusagen sein irgendwann beschlossen hat, okay, er möchte da was dazu beitragen, wissenschaftlich für, für das, wie Vögel sozusagen, wie wichtig die in unserem Ökosystem sein. und der erzählt das in so, also der erzählt das eigentlich so eher in Geschichtenform, die ihm basiert sein und baut da die Information eher so versteckt ein. Also das heißt zum Beispiel, Vögel kennen, ähm, manche Zugvögel können vor, bevor sie losstarten, ihre Muskelmasse um 10 oder 15 Prozent erhöhen. Mhm. Also das, das, das habe ich auch nicht gewusst, das gleiche können sie auch mit Fettreserven machen, die können das sozusagen relativ schnell nach oben und unten aufbauen oder abbauen. Und das ist teilweise wie weit die fliegen, da denkst du dir, okay. Hast du das schon gelesen, oder? Und, ich bin gerade dabei. Also, ist, ist echt empfehlenswert, das Buch. Aber du gehst jetzt nicht nur um die Vögel, sondern das ist alles ein bisschen Meta auch, oder? Er erzählt schon so wissenschaftliche Sachen auch, es geht halt auch darum eigentlich, dass halt immer mehr Lebensraum von Zugvögeln erstört wird. Wissen wir ja, Und, so in die ganze Richtung, also, es ist schon sehr interessant. Cool. Cool, cool, cool. Ich meine, ich finde Vögel generell faszinierend. Ich bin schon selber, so einer. Ich bin selber so komischer Vogel. Entschuldigung, Entschuldigung, das war jetzt, das war jetzt aufgelegt. Entschuldigung. Ja, passt eh, ich gebe es dir zu. Nein, aber wenn es so, ich weiß nicht, ich finde das generell auch, wenn es so Enten ansteigt, so was ich finde. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, dass du da ein bisschen an so einem leichten Enten, Enten, wie schon gesagt, Ent, also Vögel und Eichhörnchen. Also Vögel, Eichhörnchen und Axolotl sind auch cool. Axolotl sind auch cool, ja, stimmt. Axolotl sind auch sehr cool. Das sind so favorite animals. Und das andere ist noch ein Artikel, auf den ich zufällig gestoßen bin und da geht es auch noch kurz um die Apple Keynote und was sie, was mir dann erst eigentlich aufgefallen ist, Apple hat bewusst Wörter wie AI, VR, Headset und die ganzen Passwords eigentlich vermieden, sondern immer erklärt, was es ist. Zum Beispiel, wenn sie über sowas wie ChatGTP geredet haben, haben sie gesagt, das ist ein Large Language Model. Was sie eigentlich sogar sehr gut findet, weil genau das ist es. Das ist das, was ich in der letzten oder vorletzten Sendung gesagt habe, wo ich mein Rant gegen das ganze AI-KI-Zeug abgelassen habe. Es ist nämlich nicht das, was die anderen schreiben. Das ist kein AI oder KI. Das ist ein Large Language Model. Stable Diffusion ist, wie nennt man das? Warte einmal, sie haben es da eh drin. Stable Diffusion heißt nicht nur deswegen Stable Diffusion, weil das Modell ja auch Stable Diffusions irgendwie bedeutet. Also ja, es ist genau das. Es ist, das ist alles noch keine künstliche Intelligenz. Das sind Modelle. Richtig, das sind einfach spezielle Anwendungen. Und das hat Apple, da finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Das ist echt gut, ja. Das ist echt gut, dass ich da ein bisschen die Luft, also zumindest Apple da ein bisschen die Luft aus dem aus dem ganzen Vierlefanz, weil das, die ganzen KI, Anbieter und Sachen, so wie wir es eh davor gesagt haben, die poppen da aus dem Nichts außer und rühmen sich da mit AI, kennen im Endeffekt nicht wirklich was und ist im größten Teil Schrott, aber es ist halt jetzt einfach ein gutes Passwort, so wie es vor zwei Jahren und vor drei Jahren Kryptoware oder Blockchain ist das jetzt ein geiles Passwort, um einfach Investoren an Land zu holen, um die abzuzocken und dann abzuhauen. Richtig, vor allem, das habe ich davor gesagt, die Sachen, was da jetzt halt auf Twitter und YouTube, jetzt hat jeder da einen YouTube-Channel und jeder haut da jetzt, weißt du, ich sage ja, es gibt ja Anwendungsfälle, wo du diese Tools super einsetzen kannst, da sparen es da wirklich extrem viel Zeit, aber du musst halt auch immer das, was ja das ist, du kannst ja nicht das alles sofort glauben, was da steht. Genau, das ist es. Also ich habe zum Beispiel auch bei unserer Homepage, ich habe ja da auch ChatGTP verwendet, für manche Sachen, also für die SEO und sowas. Ja, da nimmst du relativ viel Zeit ab und gewisse Sachen, es hat sogar ein paar Wortwitze von dir verbessert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wohl wirklich. Was hast du denn zum Beispiel? Was hast du denn gemacht? Das hast du gar nicht mitkriegt. Schau mal an. Auf unserer Webseite? Ja. Wo? Scheiß Cookie-Banner. Da sind ein paar Sachen einfach angepasst worden. Da beim Text? Ja, über uns ist es ein bisschen länger worden. Alter, echt? Ja. Ja. Bisschen länger ist gut. Äh, Lizenz ist ganz lustig worden. Lizenz? Ja. Wir begrüßen Sie herzlich auf der weniger glamourösen, aber zwingend notwendigen Seite unseres Dechtelmechtel-Podcasts, der Lizenzseite. Das klingt nach trockener Bürokratie, doch keine Sorge, wir haben einen Weg gefunden, es schmackhaft zu servieren. Zumindest versuchen wir das. Unsere Podcast-Episoden, die so sprudeln vor Technikleidenschaft sind, dass man sie beinahe kauen kann, stehen unter der Creative Comments Attribution Non-Commercial-Share-Like-30-Austria-Lizenz oder, um es in weniger Worten auszudrücken, Sie können unsere Inhalte teilen, remixen und wieder teilen, solange Sie keinen Center mitverdienen und uns auch die verdiente Anerkennung dafür zukommen lassen. Cool. Aber warten Sie, es gibt eine winzige Ausnahme, die Sie berücksichtigen sollten, die schillernden Inhalte von Dritten. Sie wissen schon, die schönen Tonspuren und alles, was wir selbst nicht zum Singen oder Tanzen gebracht haben. Diese sind zwar in der Audio-Datei enthalten, aber Sie tanzen auf einer anderen Party, das heißt, Sie folgen Ihren eigenen Regeln und Lizenzen. Wir machen es Ihnen aber einfach und verlinken diese immer brav in den Sendungsnotizen. Sie müssen also nicht die halbe Nacht mit Google verbringen, um herauszufinden, wem was gehört. Nun, Sie dürfen unsere Gespräche auch schneiden, remixen und mit der Welt teilen, aber wenn Sie wollen. Aber bevor Sie damit beginnen, Ihre eigenen Versionen unserer Diskussionen zu erstellen, vergessen Sie nicht dabei, die CC by NCSA 3.0-Lizenz zu beachten. Denken Sie an Sie, wenn Sie die goldenen Regeln des Podcasts wie an die goldenen Regeln des Podcasts handkasten. Spielen Sie fair, teilen Sie Ihre Spielzeuge und verwenden Sie sie nicht, um einen kommerziellen Sandburgverkauf aufzuziehen. Hey, das ist cool. Das habe ich gar nicht mitgekommen. Ich sage dir ja, ich meine, das war ChatGDP4. fuck ist das geil. Ich sage, wenn du wirklich eine gute Rohfassung hast, kriegst du echt was raus, wenn du ihm noch ein paar Inputs gibst. Das ist Hammer. Also, wenn du ihm wirklich was gibst, womit er arbeiten kann, das ist so. Cool, was hast du noch so bearbeitet? Das war das Einzige, was du jetzt wirklich siehst. Also, das war die Einzige. Und das war es aber. Also, das ist die Überraschung. Cool. Max, sehr schön. Ja, ich habe nicht viel gemacht. Ich bin Prompt-Engineer. Prompt-Engineer. Das ist echt schlecht. Das ist echt cool. Cool gemacht. Nein, also, mit Text, wenn du eine solide Grundversion hast oder eine Rohfassung, da können ein Fehler drin sein. Das ist vollkommen egal. Wenn du mit dem arbeiten kannst und dann verstehst, was du haben willst, kriegst du echt guten Text. Ja. Cool. Hammer. Also, das kann es richtig gut, aber und für andere Sachen geht es auch gut. Ist halt in einem Fall die bezahlte Version. Ja. Also, die ist, wohl ich sagen muss, die ist sogar die 20 Euro wert, weil die spart mir relativ viel Zeit für diese Dinge. Okay. Also, das ist jetzt schon der nächste Schritt. Das ist jetzt die 3.5, sondern das ist 4.0, ja. Also, das kann ich empfehlen. Die ist sogar ich gut. Spenden-Seite, der könnte euch nachher auch noch so einen coolen Text servieren. Mit der Spenden-Seite könnte man das auch machen. Aber echt? Hammer, ja. Echt cool. Echt cool, ja. Ja, das ist, vor allem, es ist halt verblüffend. Es stimmt mich wieder vertröstlich. Ja, das ist, was auch noch spannend ist, du kannst ja in der 4.0-Version kannst du ja auch noch mit Bing eine Seite durchsuchen lassen. Da ist er sogar noch ein bisschen schlauer, weil da weiß er dann wirklich, was er da sich anschaut, so ein bisschen. Und du kannst auch Plugins dazuschalten. Was richtig Meta ist, hast du von Prompt Perfect schon was gehört? Ja, das ist der, der deine Prompt-Eingaben noch einmal überarbeitet. Das ist so skurril, weil du gibst Instruktionen am Prompt, Prompt Perfect schreibt er denn um, dass es die KI besser versteht und dann kriegst du erst das, was du zuerst gefragt hast. Cool. Das ist so, das ist ein bisschen schräg, aber ja. Also, das, also aber wie schon gesagt, es ist ein Large Language Model, nennen wir es einfach so. Es ist nicht, das Ding hat den Text nicht selber geschrieben, das Ding hat auch schon einen Platsch Input gekriegt, den der Clemens da einmal reingepostet hat. Und aufgrund dessen habe ich dann gesagt, mach es ein bisschen eingänglicher und unterhaltsamer, dass es zum Stil der Website passt. Cool. Und ich habe nichts besonders eingeben wie Codes oder was weiß ich was. Also ich habe es einfach relativ normal reingetippt. Nice. Also ich bin kein Genie. Ah ja, aber der Text ist cool geworden, ja. Der Text ist gut, weil ich meine, das ist das Einzige, was erkennst du natürlich, ob er gut oder schlecht ist, weil teilweise bringst du dich zum Lachen. Perfekt. Cool. Dann haben wir das abgefrühstückt. Das haben wir wahrlich abgefrühstückt. Ja dann. Passt. Gut, gut. Dann beenden wir das. Machen wir Schluss für heute. Beenden wir das. Machen wir Schluss für heute. Beenden wir mal den Livestream. Achso, ja stimmt. Jetzt beende mal Ja, jetzt beende ich mal den Livestream. Scheiß Denkpause und schauen auf welchen Knopfdruck. Stopp. Stopp.